Ruhe der Knochenruhe. Du kommst plötzlich zu dir. Ah, was ist passiert? Geh, wo bin ich? Ja, wo bist du? Kleiner Raum. Neben dir ist irgendwie so eine Statue aus Kacke. Was ist diese hässliche Statue? Nicht raus hier. Die Tür ist versperrt. Ja, nicht eigentlich. Die anderen hört plötzlich ein Klopfen an der Tür. Und eine stumpfe Stimme, die sagt, Die Tür ist versperrt. Bei Geb, was soll das? Macht so einen Krach hier, was soll das? Der Bruder ist sicher wieder wach. Mach den mal auf. Und einer meiner Diener geht zur Tür. Die Tür wird aufgesperrt. Ich trete sofort heraus. Es wird auch Zeit. Und ich schubse den Diener einfach auf die Seite. Wer wagt es mich einzusperren? Was soll das? Ihr wart bewusstlos, wir haben... Was meint ihr mit witzig? Ihr wart bewusstlos und habt gar nicht mehr reagiert. Darin haben wir euch zu eurem eigenen Schutze... ...versteckt. Aus dem stinkt es aus eurem Zimmer heraus. Wäre gut, das sind Punkte, die ich einsehe. Dann soll es so geschehen. Ich verzeihe euch. Und denn, was habt ihr, was habt ihr getan? Spüre einen... Einen Knochen. Einen Besitz. Und spüre, dass wir eine Rüstung suchen müssen. So ist das. Unser nächstes Ziel ist das Cinearium. Wer weiß denn viel über das Cinearium von euch? Lass nicht nachdenken. Ist das etwas Arcanes? Oder Okupus? Wer ist eigentlich dieser Gullarion? Wer ist halt das Hauptgebäude? Man geht mal auf die Lapp. Das Cinearium. Ist das halt das Kino, Junge, das finde ich. Das Cinearium ist natürlich das absolute Zentrum von Mekita. Das ist das Staatsgebäude überhaupt, wo sogar der Throngebs selbst ganz oben drin ist. Wissen wir irgendwas über diese Katakomben? Ihr wisst, dass sie sich in den unteren Gefilden von Cinearium befinden. Wer hätte das gedacht? Wobei, in dieser Welt, der unteren Welt, hätte es auch oben sein können, die Katakomben. True. True. Weißt du, die Unterwelt hier ist etwas mehr. Genau. Ihr wisst aber natürlich auch, weil das überall bekannt ist hier in Mekita, dass sich unter dem Cinearium auch die Quartiere der Belator Mortus befinden. Die Belator Mortus, das ist quasi mehr oder weniger so die Stadtgarde, kann man sagen. Und, äh, genau. Eben noch unter diesen Quartieren drunter, da sind halt so ein paar überflutete Katakomben und dort sollt ihr halt hingehen. Dann drücken wir da einfach rein als hochrangige Blutfürsten. Boah, also ihr müsst natürlich euch vorher ankündigen bei den Belator Mortus, sonst denken die halt, das geht nie ab. Aber die sollen ja auch aufpassen, dass da unten keiner hingeht. Das sind ja eventuell wichtige Sachen. Dann schicke ich direkt meinen Botschafter los. Okay, was sagst du deinem Botschafter, was er sagen soll? Dass, in, wann wollen wir da erscheinen? Wir wollten doch, wir wollten doch gerade hingehen, wurden angegriffen von der Exportgilde, die schwächlich war. Wollten nur kurz chillen, um uns wieder zu heilen. Ein, zwei Stunden waren das. Und nicht nur eine Stunde, wenn überhaupt, glaube ich. Ich kündige dann, dass wir, dass in einer oder zwei Stunden die großen Blutfürsten und dann die Namen erscheinen werden und Zugang zu den Katakomben wollen. Und auch Geleitschutz natürlich. Und welcher dann ein Diener geht da hin? Wes. Also ich bin nicht sein Diener und ich werde dann nicht hingehen. Dann Karl Seeum. Alles klar. Kann der reden, oder was? Naja, aber bringt den Brief einfach. Das wird schön einzustunden, oder wie? Essen, ja. Ich muss noch etwas kaufen, wenn es überflutet ist. Überflutet. Was bedeutet das? Wasser-Briefing-Potions. Nehmt mir auch eine mit. Ich kaufe vier Stück. Fünf Stück. Kauf mal lieber zehn. Für meine ganzen Diener. Trinkt das Essen, Baron. Die sind schon längst da. In dem Moment, in dem du sagst... Mehr Essen. Die kommen wieder meine ganzen Diener rein. Auf einem silbernen Tablett liegen riesige Bananen, die einfach nur noch umher wackeln. Oh, die wackeln noch. Wie geil ist das hier. Richtig frisch. Und natürlich, jeder bekommt wieder das Feinste von Feinsten richtiges Festmahl. Außer West, der bekommt nichts hingestellt. Ist doch eh nur Flammen jetzt, oder? Ich ignoriere deine unhöfliche Gestung. Ich schmeiß dir wieder eine Bananenschale auf den Schädel. Und eine Stunde vergeht, in der Pipipupu mit Bananenschalen um sich schmeißt. Ist so. Flötzlich klopft es an der Tür. Einer der Diener öffnet die Tür. Oh. Ja, welcher? Zappermall. Davor steht Kalzium. Wie das Vieh anklopft man nur. Und hinter Kalzium steht... Seldeck. Seldeck Beldes. Sehr hässlich. Der schaut behindert aus, ja. Ja. Ich fand das alte Token auch besser, aber das hier ist wohl das offizielle. Lange nicht mehr gesehen, Freunde. Ich habe gehört euch... Seldeck, wir haben uns... Ja. Kommt herein, Seldeck. Wir haben uns ja schon hundert Jahre nicht gesehen. Ja. Dass ihr ja ausgerechnet hier eingezogen seid... Interessant. Nicht freiwillig. Und ihr wurdet gezwungen. Das auch nicht. Aber trotzdem nicht freiwillig. Ja. Na gut. Wie ihr meint. Nun, äh... Euer... Ähm... Was auch immer das ist, ähm... Hat eine Nachricht überbracht. Es verschlägt euch also unter das Szenerarium in die... alten, äh... Osirischen Katakomben? So ist es. Wieso? Was habt ihr damit zu tun? Naja... Wie ihr wisst, gehöre ich zu der Villator Mortis. Und, äh... Ich, äh... Soll euch anscheinend, äh... Dorthin führen. Durch Geleitschaftsgebung. Das ist glücklich. Perfekt. Das passt ja ganz gut, glaube ich. Achja? Ich hoffe, ihr werdet uns... Beschützen auch, wenn wir dort hinabsteigen. Natürlich. Und ihr habt eine... Wobei ihr wahrscheinlich... Von... Jemandem wie mir... Keinen Schutz mehr braucht. Meint ihr, wir machen uns die Hände aber schmutzig? Hm... Okay, das ergibt Sinn. Eure Rüstung, sie glänzt auch so schön. Habt ihr sie neu poliert? Natürlich. Wie ihr wisst, ist... Für einen Grabritter die Rüstung, äh... Sowas wie sein eigenes Leben. Aber... Begebe... Würdet ihr eure Rüstung sicherlich hergeben, oder? Was? Was soll das bedeuten? Ja, ich habe... Ich habe nur in letzter Zeit mit meinen Freunden hier philosophiert, wie viel wären wir bereit für unseren Großkönig Gebe zu opfern. Und ich sage euch etwas. Wir alle hier... Wir alle würden alles für Gebe tun. Das ist bei euch doch sicherlich ähnlich, oder? Nun ja, aber... Wie ihr vielleicht wisst, kann ich mich von meiner Rüstung nicht wirklich trennen. Das heißt, das würde euren Tod bedeuten, nicht wahr? Dementsprechend... Kann ich sowas natürlich nicht tun. Während dieses langen Reden schleiche ich da herum... Und fange an... Deine Rüstung zu stehlen. Geht doch nicht. Du kannst nicht die Rüstung von einem Grabritter einfach so stehlen. Oh ja! Lies es durch! Spending at least one minute... Legendary Thief. Even time consuming to remove like armor. Your move, GM. Ja, aber... So eine Grabritter Rüstung ist ja quasi Teil des Wesens. Du kannst ja nicht... Also du kannst nicht einfach so jemandem die Haut abziehen, ohne dass er es merkt, glaube ich. Das ist dann... Schmolzen mit der Rüstung. Ja, man... Ja. Das ist auch etwas Interessantes, was man fladern kann. Also ihr müsst ja jetzt nicht mehr würfeln, weil ihr habt das vor langer Zeit schon mal erwürfelt. Wenn man halt die Rüstung nach Auslöschung des Grabritters selbst anzieht, wird man halt quasi zu dem Grabritter. Man muss die auf ganz besondere Art zerstören. Stellt euch vor, ihr gebt die Rüstung. Ich glaube, in Vulkanschmeißen oder so irgendwas war das, ja. Ja, das sind die Gräte. Stellt euch vor, ihr gebt die Rüstung. Was für ein Wort war das? Ihr gebt die Rüstung, gebt. Und dann werdet... Das ist doch die größte Ehre, die ein Grabritter haben könnte, wenn Gebt diese Rüstung anzieht, oder? Klärt mich doch erst einmal auf, warum ihr unbedingt wollt, dass ich Gebt meine Rüstung gebe. Hypothetisch. Das ist doch nur hypothetisches Gerede hier. Wir wären alle bereit, unser Leben für Gebt zu geben, nicht wahr wäre es. Natürlich. Ich bin mir sicher, dass Gebt es nicht unbedingt gut heißen würde, wenn sein Meisterspion einfach sein Leben dahin wirft. Davon reden wir auch gar nicht. Na gut, dann sind wir uns ja einig. Bringt uns doch erst mal zu diesen Katakomben. Genau. Bringt mich zu meinen Grünen. Na gut, na gut. Wie lange dient der Gebt eigentlich schon? Stimmt, würde ich fragen. Wie alt seid ihr? Ganz vergessen. Wir kennen uns schon so lange, aber... Das ist schon eine Weile her. Das war damals noch als... Ja... Krieg gegen Nex. Da ging das schon los. So lange geht das schon. Das müsstet ihr doch eigentlich... Naja, ich weiß vielleicht nicht, aber... Der Rest von euch. Ihr müsstet euch doch noch erinnern, wie lange wir uns kennen. Ihr wart ein junger Grabritter damals. Ein Soldat Gebs, oder? Korrekt, ja. Ihr habt euch hochgearbeitet. Hochgearbeitet. Respekt. Aber nach so vielen Jahren im Dienste Gebs, werdet ihr dann nicht irgendwann mal langsam müde. Pfff, was heißt müde? Eine wirkliche Wahl wird mir ja nicht gelassen. Was soll? Verzügt euch das? Also dient ihr nicht freiwillig, Geh? Doch, natürlich. Aber ich kann auch nicht einfach so entscheiden, dass ich jetzt in den Ruhestand gehe. Aber hierfür reicht nicht. Also der gute Pipipupu hier war doch auch im Ruhestand. Eben. Noch schwächliche Gegner in der Arena. Ich mein, man muss irgendwann in den Ruhestand gehen. Also irgendwas sagt mir, dass ihr mir etwas verheimlicht, Freunde. Nein, nein, nein. Und ich denke vielleicht so auf, naja, den alten Zeiten basierend, sollten wir vielleicht ehrlich miteinander umgehen. Also. Veldek, ich bin ehrlich mit euch, okay? Nur zu bauen. Ich habe das Gefühl, dass ihr in letzter Zeit nicht mehr die alte Leistung zeigt, wie ihr es früher getan habt. Und ich mache mir einfach nur Sorgen. Was meint ihr? Wir hatten doch in letzter Zeit gar nichts mehr miteinander zu tun. Ja, aber ich habe eure Aktivitäten beobachtet. Diese Verlierer von Blutfürsten, die ihr da betreut habt. Also die haben sich ja als komplette Versager herausgestellt. Und in meinen Augen wart ihr doch derjenige, der dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt erst in diese Position kam. Naja. So kann man das nicht sagen. Ich habe für sie gebürgt, das ist wahr, aber... Den Ruhm haben sie sich eigentlich selbst erarbeitet. Wer hätte schon erwarten können, dass sie... Dass sie aus den eigenen Reihen verraten werden, ja. Ja. Und diese Schwächlinge, von denen ich gebürgt habe, wegen denen ist Gubinoe gestorben. Könnte sowas... Wer? Ach, sowas. Was? Passt auf, was ihr jetzt sagt. Weil ihr ja auch kennt Gubinoe nicht. War Gubinoe? Doch, natürlich. Ich habe über 10 gewürfelt. Aber vielleicht sollten wir dieses Gespräch aber ein andermal verschieben, mein guter Seldeck. Schließlich wartet eine wichtige Aufgabe auf uns unten in den Katakomben, nicht wahr? Ja. Und wir brauchen euch natürlich bei vollem... Nun, ihr müsst voll anwesend sein, weil wir brauchen sicherlich euren Schutz da unten, nicht wahr? Korrekt. Und nun gut, da ihr ehrlich zu mir seid, bin ich auch ehrlich zu euch. Falls ihr wirklich eine Grabritterrüstung braucht, es ließe sich wahrscheinlich da was in die Wege leiten. Natürlich müsste das unter der Hand vonstatten gehen, wie üblich. Wie kommt ihr darauf, dass wir eine Grabrüstung brauchen? Baron... Habt ihr vergessen, was ich hier tue? Ehrlich gesagt, nachdem ihr uns diese Versage angelacht habt, habe ich das wirklich vergessen, Seldeck. Nun, dann möchte ich euch erneut erleuchten. Meine Arbeit hat damit zu tun, dass ich, äh... Nun ja... Kleine Geheimnisse entlarve. Und, ähm... Nun ja... Mit ein paar Jahrtausenden Erfahrungen in dieser... In diesem Beruf... Lernt man schon so einiges, naja... Aus den kleinsten Indizien herauslesen. Daher zähle ich eins und eins zusammen und kam zu dieser Schlussfolgerung. Seldeck, das ist etwas, worüber wir gerne später reden können, aber wir haben eine wichtigere Aufgabe aktuell. Also führt uns doch bitte erst einmal in die Katakombe. Nun gut... Falls... Ihr dann doch nochmal... Sich eine Rüstung braucht, sprecht mich nochmal darauf an und... Wir können darüber reden. Mir fehlt da so... Eine bestimmte... Junge Grabritterin ein, die... Eventuell demnächst ihre Rüstung verlieren könnte auf... Tragische Art und Weise. Schrecklich. Nun denn... Dann kommt mit mir. Wir gehen erstmal mit dem, äh... Mit dem Käpt'n reden. Beginnt loszulaufen, die Richtung des Szenariums. Er läuft auch so ein bisschen weiter vorne, dass ihr euch... Ohne Probleme untereinander nochmal austauschen könnt. Es läuft wie am Schnürchen. Es läuft ein bisschen zu gut. Aber Geb will doch seine Rüstung haben. Speziell seinen Namen genannt. Ja. Also... Ist von einer jungen Grabrunde. Lassen wir uns nicht ein, oder? Genau. Sollte ja leicht zu finden sein. Sie wird sicher sehr... Mächtig und magisch. Was meinen dir? Ja, die... Die sollen ja die... Ja. Necromantische Quelle finden. Ja, das... Das wird kein Problem sein. Und diese Rüstung, ja. Dann reißen wir sie. Also für ihn vom Leib halt. Soll sie sein. Ach so. Wollt ihr die Rüstung von... Ja dann? Necromantische... Speziell äh... Selze Ex-Dame genannt. Ja dann ist es... Sicher eine große Ehre für ihn, in den Katakomben zu sterben. Sollte ich selber umbringen. Wenn wir sagen das, dann... Schauen wir mal. Und vielleicht stirbt der wirklich, wer weiß es. Ja, das wäre natürlich noch besser. Alles klar. Ihr macht euch weiter. Auf dem Weg zum Sinnerarium. Kommt dann rein. Die Leute kennen natürlich Seldeck. Können natürlich, äh... Euch... Winken euch auch direkt durch. Ohne große Probleme. Ihr... Steigt langsam herab. Und... So kommt ihr in die unteren Bereiche. Ähm... Sieht aus wie irgendwelche... Standard... Baracken von irgendwelchen militärischen Truppen. Das euch auch direkt schon auf die Idee bringt. Ah ja. Hier sind wir jetzt bei den Bellator Mortus. Ähm... Hier haben die wahrscheinlich ihre Unterkünfte und so weiter. Und... Ihr tretet ein. Werdet hereingewunken. Und... Plötzlich kommt da so ein... Mensch... Angelaufen. In voller Rüstung. In voller Rüstung. Scheint sehr... Gestresst zu wirken. Sieht wie ihr da quasi so hereinstulziert. Und ähm... Stellt sich direkt vor euch. Meint so... Was wollt ihr denn jetzt hier? Wer seid ihr denn? Da... Wo ist Zeldek, man? Zeldek, regelt das bitte für uns. Dafür haben wir keine Zeit. Käpt'n... Ähm... Vielleicht solltet ihr nochmal einen guten Blick darauf werfen, wer... sich gerade vor euch befindet. Ihr steht da halt so ein bisschen so im Schatten. Und äh... Ja, der Typ natürlich... Also Mensch hat natürlich keine Dunkelsicht. Sieht natürlich nicht direkt, äh... Was ihr... Wer ihr genau seid. Ihr steppt dann so ein bisschen so einen Schritt nach vorne. In das Licht. So eine kleine Leuchte an der Decke, die so ein bisschen rumwackelt. Und... Nachdem er erkennt, wer hier genau vor ihm steht, äh... Fängt er quasi direkt an zu zittern, so ein bisschen... Oh, äh... Äh... Verzeiht, ich wusste ja nicht. Aber... Äh... Was ist denn los? Warum? Äh... Warum seid ihr hier? Äh... Wie kann ich euch helfen? Persönliche Anweisung gäbs. Wir müssen sofort in die Katakomben, die überflutet... Nun gut, ja... Ähm... Selig, du... Äh... Warst ja sowieso schon dabei, dann... Führ die Herrschaften doch bitte nach unten. Sehr wohl, Käpt'n. Sonst sind sie so nervös, Käpt'n. Was ist los? Verheimlichen sie uns was? Was? Äh... Um Gottes Willen, äh... Ich, äh... Ich war nur etwas überrascht, dass sich solche... Ehrenwerte Personen wie ihr... ...hier bei uns blicken lassen. Ah, das... Das verstehe ich, Bruder. Na gut. Bruder. Ja... Ja... Selig führt euch ein bisschen weiter nach unten. Seid ihr fast aus dem Barken gerade draußen. Dreht sich nochmal zu euch um. Ähm... Also... Das wäre jetzt die letzte Chance hier... ...noch einen anderen Grabritter mit in die, äh... ...Gruppe zu nehmen. Wie sieht's aus? Ja oder nein? Ach, du bist doch... Du bist doch, äh... Es geht um etwas anderes, was er meint, glaube ich, als... ...eine bloße Wache. Aber wie gesagt, wir können später über dieses Thema reden, Selig. Lass uns erstmal diese Aufstabe erfüllen. Na dann folgt mir weiter. Und, äh... Gleich wird es wahrscheinlich ein bisschen unangeneh... Ah, schon gut. Wieso? Was? Ich wollte sagen, unangenehm riechen, aber... ...wahrscheinlich ist das kein Problem für euch. Ich fliege ihn auf und seine Nase schreue ihn nur verwirrt an. Genau, und er rüfft seine Nase so... Oh... So, nachdem er noch eine Weile weiter nach unten geht... Kommt ihr denn irgendwann an? In ein paar überfluteten Katakomben? Muss man hier schwimmen? Du siehst auf jeden Fall, dass es... ...je tiefer ihr kommt, immer feuchter wird. Momentan könnt ihr aber auf jeden Fall noch ganz normal laufen. Braucht man als Undead echt so eine Underwater Potion zum Atmen? Ist man nicht schon tot? Ich habe keine Lungen. Es sind nicht alle untot. Achso. Nur du nicht. Nun... Hier wären wir dann. Weiter drin war ich bisher auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Es gibt schon viele sein erstes Mal. Der bewegt mich. Hast du gerade alle bewegt auf einmal? What the fuck? Wieso kannst du das überhaupt? Weil der Baron hat viele Diener. Natürlich. Gerade in dem Moment, wo ihr da unten losgehen wollt, wird er plötzlich von hinten irgendjemanden euch zurufen. Ähm, wartet, 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 wartet. Und ihr seht, wie so ein... So ein Skelett kommt angelaufen. Ist aber gut gekleidet. Wirkt auch definitiv nicht wie ein Soldat oder sowas. Und ähm... Scheint auch schon ganz außer Atem, sofern das geht mit dem Skelett, zu sein. Und äh... Steht dann so vor, ich so... Äh... Ihr seid doch... Ihr seid doch hier die... Die berühmten Blutfürsten. Angeführt von Baron Hadorian. Weiter im Text. Ja... Alle Sekunde. Äh... 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 Ähm... Gestatten... Narakut Orkheil ist mein Name. Ähm... Ich, ähm... Puh... Er wischt sich so ein bisschen seine Stirn ab, obwohl er natürlich überhaupt nicht schwitzt. Also, warum er das macht, keine Ahnung. Aber, ähm... Ich, äh... Bin Mitglied der... Union der Steuereintreiber. Und, ähm... Ich hätte da ein... Ein kleines... Äh... Anliegen an euch. Äh... Und zwar geht es darum, dass hier unten in diesen Katakomben anscheinend ein paar... Ähm... Objekte... ...verloren gegangen sind. Ähm... Und... Nun ja... Ich könnte euch verraten, wo sich diese Objekte befinden und... Ähm... Naja, wenn ihr sie uns bringen könnt, dann... Dann würde ich euch, äh... Auch gut dafür entlohnen. Besser wäre es, Bruder. Sag uns doch erstmal, um welches Objekt es geht. Also, es gibt da zum Beispiel, ähm... Äh... Äh... Es gibt da so eine... Warpile-Rune. Es gibt da... Äh... Ein paar Anklets of Alacrity. Wie man die so schön nennt. Und dann gibt es auch so eine... Gold in der Halskette. Ja. Und was gebt ihr uns dafür? Nun... Ähm... Ich sag mal so, also wenn ihr... Und... Äh... Diese Gegenstände... Die sich noch dabei befinden. Bei diesen... Doch etwas spezielleren Dingen. Ähm... Da gibt es nämlich noch... Also... Relativ wichtige... Äh... Äh... Ich sag mal... Gegenstände, die vielleicht für euch nicht sehr interessant sind. Aber definitiv für uns. In der... Union. Und, ähm... Also wenn ihr wollt, dann dürft ihr vielleicht... Einfach diese... Nützlicheren Gegenstände behalten. Wie wärs denn damit? Ja, aber wir können sie uns auch einfach aus den Katakomben jetzt mitnehmen und euch nichts davon sagen. Was haben wir denn davon... Leider wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich müsste euch schon verraten, wo sich diese genau befinden. Hm... Na gut, von mir aus. Was sagen die anderen? Ja... Wenn wir schon hier unten sind, warum können wir nicht suchen nach Gegenständen? Die uns auch noch... Das Risiko, oder? Was wir finden, finden wir. Was wir nicht finden, finden wir nicht. Du sprichst mit gespaltener Zunge. Ich sage... Wo ist das? Wenn wir da unten sind und sie die Gegenstände finden, dann... Warum nicht? Aber wir sind... Wir haben eine wichtigere Mission. Wir sind wie ein Geb hier. Und die anderen? Pipipupu. Pipipupu macht sich einfach eine Banane auf und frisst. Schaut euch an. Zähl der Gesagnola. Ich habe damit nichts zu tun. Pipipupu braucht nichts zu tun. Sagt uns doch einfach, wo diese Gegenstände sind. Vielleicht kümmern wir uns darum, vielleicht nicht. Je nachdem, wie viel Lust wir haben, hier überhaupt noch länger herumzulaufen. Sprich schnell. Lasst mich kurz eure Faction Reputation angucken mit der Union. Okay. Ja, natürlich. Hauptsache die... Diese Gegenstände sind hier unten nicht mehr so verschollen und für keinen Mann mehr zugänglich. Also gut, ich zeige euch kurz auf so einer kleinen Karte. Ich habe so ein paar Notizen hier gemacht, wo ihr genau gucken müsst. Hier wären sie. Ist das eine Karte? Hast du den Katakomben? Genau. Kannst du die ausborgen? Er gibt dem Bruder Knochenruhe. Das ist aber... Es ist weniger eine genaue, detaillierte Karte. Mehr so als ein paar... Ähm... Ja, wirklich so. Ja, in diesem Raum ist irgendwie das hier verloren gegangen. Und ihr müsst genau in dieser Ecke gucken. Also es ist nicht irgendwie, als könntest du jetzt direkt, äh... Die ganze Blaupause hier sehen. Dritte links. Dritte rechts. Sowas. Ja, genau. Auf dem Klo hinter... hinterm Klopapier. Ja. Nun denn, hab vielen Dank und viel Erfolg da hier unten. Ja, verschwindet er wieder. Und dann, Seldek. Sag mal, Seldek. Naja, was denn? Befindet sich eigentlich hier unten alles so? Wenn sogar die Steuereintreiber sich nicht mal hier heruntertrauen, um diese Sachen zu besorgen. So ganz genau weiß ich das auch nicht. Irgend so ein... Irgend so ein komisches Gerät. Für das genau gedacht ist, weiß ich selbst nicht. Ein Gerät, also. Naja, ihr müsst doch für irgendwas hier unten sein. Ihr müsst es doch eigentlich besser wissen als ich. Jetzt werdet ihr mal nicht frech, okay? Ich mein ja nur. Verboten, Fragen zu stellen oder was? Was soll hier irgend so eine Art... Quelle geben? Äh, Quelle mit... enormer nekromantischer Kraft? Ja, schon drauf wollen wir hin. Zeugnis im Weg. Müssen wir erstmal hier durch, aber... Schau mal, diese... diese Stahlgitter hier, die sind ja... extrem schwer. Kann die vielleicht jemand hochheben? Wer möchte probieren, diese... Stahlgitter anzuheben? Ich nicht. Das wäre natürlich ein Athletik-Check. Was hat keiner versucht? Ich hab null. Ich versuche es. Jemand kann meinen Rücken dabei stützen. Oder? Ist irgendjemand da, der irgendwas in Athletik hat? Warte, ich helfe euch. Zeldick packt mit an. Let's go. Uff, schlecht Junge. Jetzt sind einer. Ich mein, bin halt nur... Dream Team, Alter. Ja, und Zeldick und Serra... Die stemmen dieses... Stahlgitter nach oben. Es ist überhaupt kein Problem für die. Man... Seht, wie ihre Muskeln sich anspannen. Ey, was... Unglaublich, diese Männer. Unglaublich. Ich hab die Athletik auf Maß, aber keine Stärke. Ah, da vorne ist ja noch so ein... Ein Gitter. Dann lasst mal... Moment, wartet. Äh, Serra, ihr seid doch... Gewitzt, was... Was Fallen anbelangt. Vielleicht solltet ihr mal diesen Gang da überprüfen. Gewiss. Ob er mit Fallen nicht wirklich... Bessere Sicht, aber... Ich werde es natürlich versuchen. Ah, ist schon doch... Nee. Ja, dir fällt leider nix auf. Wirklich, okay. Geht es jetzt mal bald weiter? Ich stehe keine Fallen. Zeldick, geh doch einfach vor. Und ich raise mein Shield und gehe langsam vor. Oder so? Was macht der denn jetzt? Dann lass den doch. Wenn er stirbt, können wir ihn essen. Ich hab recht. Er ist ja einer von den Quicks. Ich vergesse das manchmal. So, Serra. Als du... Die Mitte dieses Ganges gehst... Geht plötzlich unter dir. Du spürst, wie so einer... Ja, wie der Boden so leicht nachgibt. Anscheinend bist du gerade auf eine Druckplatte getreten. Okay. Und... It's a creature in the hall. Na gut. Okay. Ist nix allzu Schlimmes. Warte mal. Du bist tot. Ja, das trifft mich. Ja, ähm, ja. Aber nur normal. Oh, ist das so krass? Ja, okay, okay. Du kriegst es nicht. Du kriegst es nicht. Ich weiß nicht. So, warte mal... Schildblock... Take physical damage. Ist das physical? Das ist in der Tat physical. Da kommen wirklich... Also du siehst wie... Ähm... Und ihr seht das von hinten auch... Wie in diesem kompletten Gang... Also zwischen den zwei Stahlgittern... Äh... Ja. Das tut weh. Jetzt stehst du da. Momentan stehst du noch auf dieser Druckplatte? Bleib stehen. Kann ich mir den Mechanismus anschauen, dass ich das disablen könnte? Natürlich, ja. Disable Device. Da krieg ich ja plus eins durch meine Thieves Tools. Fieber Recheck. Müsstest du auch, glaube ich, schaffen können. Ja, du kannst es auf jeden Fall schaffen. Es hat leider noch nicht funktioniert, aber... Solange du auf dieser Druckplatte drauf bleibst, passiert ja sonst nichts. Möchte in dieser Runde jemand in den Fallengang reinlaufen? Sonst versuche ich es einfach bis ich es geschafft habe. Wir könnten einfach in den Tunnel durchgraben. Ist kein Problem. Hauptsache, es geht so schnell wie möglich runter. Wie ist mir egal. Dann probier mal gerne noch ein paar Mal. Ich kann das alles ignorieren. Einfach in den Tunnel durch, du! Eifel-Yeti, nabend! Und mit einer 48 schaffst du es auf jeden Fall. Tatsächlich, ihr glaubt es kaum. Aber diesmal ist die Falle wirklich nach einem Success entschärft. Unglaublich. Ich kann es selbst nicht glauben. Da muss ich meine Pfoten nicht runterziehen. Diese Falle ist entschärft. Gibt es denn noch mehrere, oder? Ich habe sie vorhin nicht entdeckt. Wartet ab. Und ich gehe ganz langsam vorwärts und schaue nach Traps. Es gibt hier bestimmt noch mehr. Vorsicht! Seldeck, ihr müsst Ausschau halten und uns beschützen. Versprecht uns das. Wie gesagt, wir können auch einfach einen Tunnel durchgraben. Wieso wollen wir so... Lass den doch vor. Wenn du das machen willst, willst du das machen? Ich schlag es nur vor. Ich will mir die Pfoten eh nicht dränglich machen. Danke. Guter Pipipopo. Ich meine, im besten Falle haben wir eine glitzernde Rüstung und etwas am Nachtisch. Ich meine, ich verstehe auch nicht ganz, wieso nicht einfach auf der Wand herumklettern oder so. Das kann doch nicht so schwer sein. Lass die doch machen, Pipipopo. Aus der Wand kam doch die Sperre raus. Das heißt aber noch nicht, dass ich... Wollte das machen. Geht es denn da hinten jetzt mal weiter, oder nicht? Das finde ich auch, dieser Zellgeck. Flüster ich nur zu. Als ob die Druckplatten an der Wand wären. 5000 Jahre alt, aber ein Idiot. Unglaublich. Ich glaube, er hat sich noch geschlafen. Das sieht ja... Ich glaube, der Rest des Tunnels ist sicher hier. Aber hier ist wieder so eine Stahl... So eine Stahltür, so ein Stahlgitter. Kommt, Sarah. Wir probieren es nochmal. Auf geht's. Es ist schwierig. Ah, ich hab das schon. Hier ein bisschen drücken noch. Okay. Ihr seid bestimmt noch verwundet von diesen Sperren. Die haben wehgetan. Aber das habt ihr genommen wie ein Mann. Ich bin sehr beeindruckt. Ich hab's weg. Komm, Freunde. Es geht weiter. Ciao. Oder es geht auch nicht weiter. Hallo. Ich hab's nicht passiert. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja. Geht voraus. Ja, ja. 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 Ihr seht vor euch einen größeren, kreisrunden Raum, in dessen Mitte ein gefluteter Schacht anscheinend nach unten führt. Von da aus seht ihr natürlich noch nicht genau, wie tief das Ganze ist. Aber ihr seht ansonsten keinen Durchgang hier. Die Decke vom Raum ist aber ungefähr 20 Fuß hoch, falls das irgendwen interessiert. Dann schaue ich mich auch hier nach, fallen um gleiche vorwärts. Die Spieler können nicht positionieren. Nur ich. Du... Ich sag jetzt mal, du bist noch nicht nach vorne getreten. Weil du glaube ich auch vorher schon gesucht hast. Du siehst hier auf jeden Fall merkwürdige Spuren, die auch teilweise wirklich so aus dieser Grube, die anscheinend mit Wasser gefüllt ist, nach Südwesten und Südosten so wegschleifen. Also als hätte sich irgendwas so durch den Matsch, durch diesen Schlamm auf dem Boden so weggeschlängelt quasi. Fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause. Das macht ihr. Hier gibt es Spuren. Schleifspuren. Das Südosten. Das sieht ein Weg aus. Wir sollten vorsichtig sein. Das sind wir. Geht ruhig vor, Seilek. Wir halten euch den Rücken frei. Gehst du mit dem Stealth-Check, den du gemacht hast? Gehst du mit dem vor? Immer. Was wolltest du tun? Ja. Also ich bin permanent am Schleichen wegen meiner Exploration. Ach stimmt. Du bist ja sowieso. Du bist ja Legendary. Du gehst noch ein Stück nach vorne schleichend und hast auch direkt so ein Auge auf diese Spuren, die du gerade entdeckt hast. Und du bemerkst auch, dass diese Spuren sind teilweise bestimmt schon über eine Dekade alt. Also hier treibt sich anscheinend irgendwas rum. Du bist auch wirklich super aufmerksam und nimmst dann wahr, dass sich da anscheinend so ein paar merkwürdige fischähnliche Gestalten herumtreiben. Was machst du? Und ich nehme nicht an, dass sie mich schon entdeckt haben, nehme ich an. Scheint nicht so. Schleiche ich zurück und flüstere Pipipupu. Hier sind merkwürdige Wesen. Kann ich die irgendwie identifizieren? Habe ich sie schon mal gesehen? Du kannst es probieren mit einem Religionscheck. Naja, wohl nicht so. Du weißt, dass das Obrosians sind. Und zwar... Ich poste erstmal ein bisschen Flavor. So, und zwar sind das so untote Amphibienwesen quasi. Also ich weiß nicht mehr, in welcher Sprache du es gepostet hast. Ich kann sagen, ich lese es. In Taldain habe ich es gepostet. Das solltest du eigentlich verstehen. Hab ich auch. Nigga. Die anderen können es sehen? Ja. Ja. Okay, weird. Ja, aber das steht nicht mehr als das, was ich gerade beschrieben habe. Und ansonsten... Ziemlich hohe Wildsaves. Ganz nette Fortitude. Reflex ist nicht so gut. Können natürlich schwimmen, oh Überraschung. Und ansonsten sind sie halt, ja... Immunities und Tote halt. Sie sind nicht die Schnellsten. Wir sollten nicht ihren Willen angreifen. Sollten sie uns attackieren. Zedek. Geht vor. Wir sind hinter euch. Nun gut. Bringen wir es hinter uns. Er ist links oder er ist rechts, Sarah. Links, rechts, rechts, zwei. Wenden wir uns nach links. Und ich würde gerne, wenn es eine Keyform zum Start machen. Ich weiß nicht, ob mein Fokus bei Lautomatisch auch irgendeinen Sound produziert. Und gerne noch eine Action vorher machen, bevor der Kampf losgeht. So, was ist Keyform? Muss ich dir irgendwas machen? Na, das ist meine Corona-Aura, wisst ihr? Mit Extraschaden. Achso, das Ding. Ja, ja. Okay. Ich kann fliegen. Ich kann nicht, wenn er einen Schritt nach vorne macht, ich bin so blitzschnell, Mann. Ich charge sofort rein, Mann. Und sofort wieder raus, Mann. Was? Ich weiß gar nicht, wie das passiert, Junge. So schnell bin ich. Du willst quasi reinrollen und direkt wieder rausrollen. Ja, Mann. Richtig. Okay. Ja. Ja. Ich würde sagen, das ist möglich. Deswegen mache ich einen Akrobatik-Check nach links auf die beide. Das heißt, beide müssen einen Reflex-DC. Ist der höher als 39 jetzt nicht? Reflex-DC ist... Ja, ist ein Success für dich. Das heißt, ich habe Panache, Mann. Perfekt. Mehr wollen die nicht. Super, ja. Du rollst da rein. Ich weiß nicht, wie genau rollst du? Irgendwie so rollen, Mann. Ich tammel halt so... Ich dachte, du rollst, weil... Vielleicht war ich ein bisschen biased. Ist egal. Ich bin so fett, das schaut eh so aus, ne? Schaut eh so aus, würde ich rollen, Mann. Aber eigentlich sprinte ich blitzschnell, ja. Ich verstehe, okay. Für alle anderen Leute bist du halt einfach so schnell, dass die einfach nur denken, da ist gerade so eine riesige Masse, so ein riesiger Ball, der gerade entlang rollt. Richtig. Und diese Fischwesen, die sehen auch nur ganz kurz, sehen sie einfach nur wie so... Ja, sie sehen dieses bisschen Schimmern von diesem Wasser in der Mitte, dieser riesigen Pfütze da. Und plötzlich ist es einfach schwarz. Ist einfach weg. Also wäre es irgendwie... Wie bei so einer Sonnenfinsternis, wo die Sonne überdeckt wird, ist plötzlich dieses Wasser, dieses Gefunkel da einfach weg. Verdeckt von irgendwas riesigem Runden. Und das ist auch das Einzige, was sie sehen. Dann bist du schon wieder weg. Hört da links raus. Will sonst noch irgendjemand was machen? Ich würd gern weiter vorher gehen, bitte. Ich seh noch keinen von den Viechern, oder? Nee, ich hab auch... Nee, nee. Falt geht halt noch nicht los. Ja, wir sehen halt die Kreise, man muss sich nicht ganz verstehen eigentlich. Du siehst nix. Du siehst nix. Falle hier weg. Der Hund bleibt natürlich hinten. Okay, na dann. Zalek stürmt rein. Geht direkt nach links. Ich hab die Sept schon ausgewählt. Das zählt nicht. Ach man, ich kann nicht nochmal räumen. Das ist ne Lüge. Ungefähr. So. Das hab ich eigentlich nicht mehr. Okay, dann mach ich die 48. Ich sag mal, Sarah ist noch vor dir, weil er halt weiter vorne steht. Und weil ich mit Monstern schon vorgehe. Wenn sie in derselbe rollen wie ich. Uh. Ist sicher ein Monster. Ja, zum Start meiner Runde ist meine Corona leider. Das heißt, zwei D6 Schaden auf euch drei. Schön Force Damage auf Pipipupu, Wes und Zalek. Hey. Autsch, was zum... Es sticht ein bisschen. Fällt dir einschlein. Dann stealth ich vor. Beziehungsweise ich bin am Surprise attacken. Also Gegner, die ich zum ersten angreifen, sind off guard für mich. Ich laufe vor. Warte mal, mach mal so. Ich laufe hier, sehe sie. Lauf so, laufe so und steppe hierher. Ich kennst meine tolle Action. Winding Flow. Mit einer Action ist das also. Äh. Erhebe mein Schild und schlage zu. Mit Flurry of Blows. So, gleich auf den ersten. Oder weißt du was? Ich laufe so am Steppen. Kann ich hierher steppen, so durch die Wand, so Herbert? Jaja. Kannst dich an der Wand so entlang schlängeln. Genau, dann mach ich das so. Oh. Der Rechte, ja. Der Rechte, ja. Und misse mal. Ich nehm mal an, 38 oder nicht haben mit Flat Footed. Ist das nur der erste Tipp? Äh, er hat genau 38. Warte, dann schau ich kurz. Äh, la 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 la. On the first round of combat. Das heißt, er ist off guard für mich. Dann trifft der zweite auf, ne? Ja. Dann tanze ich durch, zelt ich durch natürlich. Ihr merkt's gar nicht, man. Ich bin zwar so Dickmann, aber ich komm überall durch, ne? Stell ich mich da hin. Und mach einen Finisher. Sie schaut schon angeschlagen aus, deswegen machen wir gleich volle Pulle hier. Also, konf. Mit dabei lassen wir mal vor die Tut. Warte mal. Riefel. Na scheiße, Mann. Ich mach's anders. Dann greife ich an und ich greife an mit... Konf. Riefel. 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 Zerblutet. Ich steche einmal zu dem Finisher. Bumm. Lies mal ein paar Nasch weg. Und dann tanze ich ihn an. Die kommt angerollt blitzschnell. Typ hat keine Ahnung, Mann. Auf einmal ein Stich in den Rücken. Schreit auf. Dreht sich um. Und wie er sich umdreht, man steht ein fetter riesiger Affe da, der ihn antanzt. Oh nein, was soll das Junge? Klingt wie ein Albtrommel. Klingt wie ein Albtrommel. Hä? Wieso das... Ist doch schön. Post das nochmal, aber es ist sicher kein Success. Was ist denn Scheiße? Geht gegen Will wahrscheinlich, oder? Will ist das so? Bitter. Nee. Nee, nee. Scheiße, Mann. Das ist ein Fail. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Selte ist dran. Achso, ihr kriegt außerdem von den Waves of Sorrow jeder, der seine Runde hier drin beendet, 30 Fuß um diese Viecher herum. Ja, ist euch natürlich sowieso egal. Ich hab's mir fast gedacht. Mit Platz 3, Alter. Wollen die Loser-Gegner wieder... Ich muss schon sehen, wenn die Schlange kommt. Wir wollen uns jetzt... Wir sollen uns richtig mächtig vorkommen, dass wir die ganzen Loser-Gegner-Platten haben. Dann kommt Kinney wieder halt richtig mächtig. Komm, Seldeck, du Schwächling, ich tanze während des... Seldeck, während du tanzt, Seldeck, der erfahrene Kämpfer natürlich. Er nutzt deine Ablenkung. Er... Pirscht quasi hinter deiner Fettmasse. Pirscht er heran und plötzlich erscheint er so an deiner rechten Seite vorbei. Und? Was ist da eigentlich auf der jetzt Bleeding oben? Ist das nicht oben? Mh, da steht nur Persistent Damage? Das war ja. Das ist schon Bleeding oben. Ich dachte schon anders, was passiert. Ist aber Feuer. Hey. Vielleicht ist der Immune gegen Bleeding oder Unto. Ach so. Das kann sehr gut sein. Scheiße, Mann. Seldeck haut mit seinem Greater Flame in den Augenzut. Haut er drauf. Und, äh, ja. Ja. Würfelt ne natürliche Eins. Pipipupu, ihr seid zu faszinierend. Naja, stimmt eigentlich nicht, aber... Dann haut er aber noch. Dann haut er aber noch. Dann haut er mit seiner Faust. Mit seiner linken Faust haut er noch mal dagegen. Der Rückhand der Faust, der dreht sich einmal im Kreis und schlägt dem Fick gegen den Kopf. So, jetzt ist das Ding dran. Der Abbrosian. Ach so, stimmt. Er muss jetzt noch... Okay, easy. Der Abbrosian schlägt nach Pipipupu. Mit seiner Klaue. Watt, der war hinten? Ach der, ach. Der ist dran. Sorry. Aber der macht genau das gleiche, nachdem er sich zu dir bewegt. Ne, macht er eben nicht, weil... Mach's dir weg. Du siehst wie dieses Wesen, du siehst wie dieses Wesen probiert in deine Richtung zu kommen. Aber er ist irgendwie sehr, sehr langsam. Bewegt sich nur so einen Schritt nach vorne. Und dann... Kastet denultur. Ja, ja... von der nächsten Turn bist du Confused. Abschuldigung. Das Vieh kommt auch so ganz langsam nach vorne gelaufen. Fast als würden die schon direkt die schlimmsten Ziele erkennen. Ja das ist perfekt man. Alle Confused töten einfach selig. Ja. Habt ihr ne gute Entschuldigung. Den Casted Warp Mind auf Sarah. Machen wir einen Wursch. So jetzt ist der aber dran. Diesmal fehle ich natürlich. Halt, stopp. Each time you take damage von den... Achso, mach keinen Schaden. Komm, triff mich. Verfehlt nochmal. Und verfehlt nochmal. Beste bist dran. Das Schwein. Willkommen. Willkommen Schwein. Gute Namen. Gefällt mir. Ja das ist, äh das ist Kampfmusik aus Witcher 3. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz ganz viele andere Games auch benutzen. Die ist halt, die ist halt auch echt gut für sowas. Du rennst da hin und siehst was passiert und dann sagst du du rennst da dann da rauf. Du musst jetzt nicht da stehen bleiben. Ich hab da noch, äh, was hab ich denn noch? Ich hab da ein bisschen was aus Nier, hab ich noch dabei, ein bisschen was aus Skyrim und so ein paar andere Sachen noch. Aber ja, so Kram wie Witcher und äh, und Elder Scrolls Kram, der bietet sich halt immer sehr sehr gut an für Pen & Paper finde ich. Für Fantasy Pen & Paper. Nein, das ist Wasser, Mann. Wir werden alle sterben. Oh oh. Stehen Lightning. Und das sollte dann alle treffen. Wenn ich oben bei dem anfange. Bei welchem fängst du an? Ist egal. Bei dem oben links. Oben links? Ist aber nicht links, Junge. Ja, gegenüber von mir. Okay, also oben rechts, alles klar. Er ist richtig im 3D-Modus. Fast personal oder so. Ja, 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 ja. Er sieht alles aus eigener Sicht. Mit Vor-Air-Brille, Mann. Krasser Typ. Das wär geil. Och nee. Könnt jetzt alles sterben, ne? Schritt fail. Ja, ab und zu wenn die Dinger so richtig lange dauern, wechsle ich auch gerne mal die Musik. Damit's nicht allzu nervig wird. Du es. Du sagst, dass du da keinen Button hast. Roll your damage. Doch, okay. Das sieht man ja. Double. Peng. So, der nächste. Fail. Der kriegt 77. Der nächste. Success. Nur die Hälfte. Und der letzte. Fail. Ich find, der Spell ist OP und der muss abgeschafft werden. Nur der kriegt doch noch Hälfte Schaden. Hat er doch schon. Wirklich? 38. Ne. So. Eingeengt. In dieser Ecke hier. Die keine Ecke ist. Aber egal. Probier dieses Vieh. Achso, der beste muss auch noch einen... Ne. Warte, ich poste. Die Waves of sorrow. Plötzlich wirst du ganz traurig. Aber nicht traurig genug. So, nach dir wird mit einer Klaue geschlagen. Dieses Wesen hat überhaupt keine Chance, dich auch nur anzupacken. Und aus purer Verzweiflung. Versucht es dann stattdessen einen Spell zu casten auf dich? Ich hab keine normale Attack of Opportunity, das heißt Spells kann ich nicht angreifen. Mhm. Okay. Auf wen? Auf dich. Critical Success. Ruh da Knochenruh. So. Schauen wir sich mal an, was da passiert. Ich seh'n euch nix. 25 Tage in früh. Hä? Wieviel range hast du? 35. Ja, gegen Emotion-Effekts bin ich anfälliger. Weil ich die Super Saiyajin Rage habe. Mhm. Was heißt Anfälliger? Minus 2 auf meinen Seelen. Achso, da, Keyform. Ja, okay. Geh' hier mal hin. Dann such' mal aus. Such' mal aus. Such' mal aus. Such' mal an meinen Gürtel mit den Trinkets. Such' mal an meinen Gürtel mit den Trinkets. Such' mal das schwächste gegen ihn raus. Ja, gegen was ist das? Ja, gegen was ist das? Ist das einfach nur so Standard-Diffed-Podi? Standard-Diffed-Podi. Hm, okay. Äh, dann ist das ein Fail. 4DC ist 39. Ja, das ist egal, glaub' ich. Wie ist jetzt? Äh, das System, das Regelwerk ist Pathfinder 2. Edition mit Remaster. Der Fail passiert's. Und die Welt ist so diese ganz normale Pathfinder-Welt, also Golarion. Und wir befinden uns in so einer untoten, ähm, in so einem untoten Königreich. Wo quasi die Normalität ist, dass man untot ist. Und deswegen sind die ganzen Spielcharaktere fast alle untot. Und auch alle böse. Wir haben tatsächlich keinen guten Charakter in der Party. Liegt Sabbermaul mal nach vorne. Ah, das ich machen kann, egal. Und dann geh' ich Act-Together-mäßig auch nach vorne. Für Bruder Knochenruhe? Noch sowas? Aber das schaffst du bestimmt. Was für eine Reinturn des... 20-Foot-Termination. Aber knapp. 20-Foot-Termination. Nein. 20-Foot-Termination. Ah, schade. Gut, dann zurück. Aber du wärst da übrigens im Wasser, ne? Ach so. Schäbchen. Dann zaubere ich... Was auch immer dann Fieler genau tut. Was auch immer dann Fieler genau tut. Zappern. Es hat halt ne Klaue, die drei verschiedene Elementarsachen macht. Wie kann ich mir das vorstellen? Hat jede Kralle irgendwie so ne andere Farbe? Und... Ja, genau. Also es... Es gibt eine grüne, eine gelbe und eine hellblaue Kralle. Bei dir sind immer die GMs dagegen, dass du einen bösen spielst? Hier die Kralle wird manchmal rot, wenn's dann einen Feuerschaden macht. Und irgendwas hab' ich noch. Ja, also da sind wir sehr flexibel, was das anbelangt. In dem Moment, in dem die Kralle dann auch trifft, sieht man, wie das jeweilige Element kurz auch blitzt und die Wunden dann auch entspricht. Also wir hatten sogar schon normale Kampagnen, wo wir auch dann einen bösen Charakter dabei haben. Der dann irgendwann probiert hat... Die besten Krallen gemeinsam weiterentwickelt. Der dann irgendwann probiert hat, die Party halt zu hintergehen und so und... Zauern von meiner Runde, meiner Corona... Wenn sowas passiert, dann ist es dann halt so meistens, dass der böse Charakter dann halt irgendwann stirbt. Aber wir nehmen das dann halt auch hin, aber erlauben dann auch, dass die Gegner halt sowas... äh, dass die... Dass die Spieler sowas spielen. Also ich find das ganz cool eigentlich. Dann schlag' ich auf den... dem todenauern Team ein. Und das Wesen geht zugrunde. Ich seh... ich schau' gar nicht, ob Floor of Blows theoretisch auf zwei verschiedene geht, aber es steht... If both hit the same creeper... Ich glaube nicht. Ja? Also prinzipiell... If both hit the same... Würde ja bedeuten, dass es auch eine alternative Möglichkeit auch gibt. Ah ja! Make two unarmed strikes! Da steht nicht, dass du das gleiche Ziel drauf machst. Ja. Und der nächste Satz ist halt... If both... Also... Sven gäbe es nicht, wenn es die Alternative nicht gäbe. Also dann greif' ich den zweiten einfach. You do it! Oh. 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 Der hat eine Waffe nach, gell? Außer wir sehen natürlich. Nee, die hauen mit ihren Clowns so auf. Jetzt versuche ich mich im Schatten zu verstecken mit der Schlange. Weiter an Ort und Stelle einfach heiden. Wo ist der Stealthcheck hier drin? Ich muss mal gerade gucken, ob die den Roll wiederholen müssen hierfür. Ah ne, okay, das ist jede Runde. Perception des Seals von jedem Kreatur, den du durchgesehen hast. Dann auch hier nochmal die Waves of Sorrow. Ich glaube der Baron muss auch noch. Stimmt, ja. Nicht nur der Baron. Wie ist denn das überhaupt? Weil da steht irgendwie nicht dabei. Der steht ja nicht dabei, dass man dann immun wird. Wenn man es schafft. Und eigentlich sind da ja vier Gegner. Also... In der Ahnung. Aber es ist halt auch... Richtig schwierig für die zu successieren. Ich meine, es ist ja die gleiche Aura. Also warum sollte man dann irgendwie viermal traurig sein oder so? Also wir machen einfach weiterhin nur einschicken. Ich bin traurig, Mann. So, bin ich eine Action oder eine Runde confused? Erste Action schon. Nur die erste Action. Ja, dann muss der GM entscheiden, wenn ich angreife. Und da eigentlich nur zwei Leute neben mir stehen, die ich angreifen kann. Mit einer Action, ja. Ne, drei oder? Ja. Ich hab nur range für zwei Leute. Der Baron steht halt um die Ecke. So stehst du. So stehe ich gar nicht. Das ist doch kein Problem für Pipipupu. Das ist doch gar nicht so geil. Musst du entscheiden, steht eh. GM entscheidet, wenn ich angreife. Du greifst den Baron und dann sagt der GM, jetzt wendet es uns. Achso, ich muss nicht mehr auswürfeln. Ja komm, wir machen es trotzdem random. Wir machen es random. Da steht random, aber der GM entscheidet. Du machst halt random. Wir machen random. Ich würfel 1 D3. 1 ist Zeldick, 2 ist Bruder Knochenroo, 3 ist Baron. Du musst nicht... Ja, random wie bei der Gameship. Ist doch klar, wer angriffen wird der Baron. Es ist Zeldick. Aber ich kann dann normal angreifen, weil ich keinen Panache hab leider. Ich entschuldige mich nicht gar nichts. Ich sag einfach nur, ihr steht im Weg. Ja, kriegt es ab und... Pipipupu, was tut ihr? Ich sag eben, ihr steht im Weg. So schwierig jetzt. Komm ich dorthin? Doch, naja. Ich mach genau das wieder. Ich tumble schon, man. Den ganzen Raum, man. Hin und her. Warte mal. Die stehen da. Nur nach rechts. Ich kann auch durchtumeln. Ist scheißegal. Ich tumble da runter durch. Beide müssen... Hier, Akrobatik checkt. Wieso ist das nicht drinnen, man? Egal. Nein. Gegen ihren Reflex, die sie... Ich glaub, das reicht trotzdem. Ihr Reflex, die sie ist... Ja, es reicht. Und dann stehe ich unter dem Typen da. Ja. Dann mach ich einen Finisher. Bluten können sie nicht. Dann mach ich Liefel. Und ich sage, bevor ich rolle... Das... Die sind eigentlich nicht... Immun gegen Bleeding. Steht nicht dabei. Verstehe ich nicht. Wieso hast du das nicht gemacht? Ist egal. Ich mach Liefel und ich sage... Fortitude hier muss erst... Also den Precise Damage muss er selber ausrollen. Das heißt, ich mache jetzt Schaden und nehme den Precise Damage weg. Deswegen ist es lächerlich. Aber du machst dann einen... Fortitude Saving From mit diesem Bitch. Uff, das ist... Das ist... 18,6. Das muss ich eingeben. Stamm. Stamm. Okay, das tat weh. Liebendisch, Bibibububu. Und ich kann auch weg... Kann ich dahin stemmen? Überleg, ich bleib stehen. Scheiße, das sind so schwache. Dann mach du auch nochmal... Waves of sorrow. Warte, ich steppe dahin. Passt schon. Ja, okay. Mhm. Zelday kommt dir zu Hilfe. Trifft sogar. Dann backstabbe ich ihn opportun. Alter, Dream Team. Oh. Oh. Doch nicht so ein Dream Team. Mit der 2. Alles gut, Sarah. Gleich nochmal. Immer feste drauf. Obrusien. Ja, größte Bedrohung hier. Natürlich Piepipupu. Trifft dich. Und grab dich. Du warst, er grabt mich, oder? Er grabt dich, ja. Er grabt dich, ja. Fortitude DC, oder? 39. Das ist echt... Dadurch, dass du gegrabt bist, füllen sich plötzlich Piepipupus Lungen auf magische Weise mit Wasser. Puh. Du bist jetzt am ersticken. Ja, Mann. Gibt's da irgendwas? Das... Devid Ra цел應該 elium. Die traveling es, DEM die darem... So, das Vieh da oben sieht natürlich auch seine Gelegenheit hier. Oh ja. Sch collateral aber auch. Steppt erstmal dahin. Das sind die Drowning-Rug-Regeln. Das ist eigentlich egal, man. So viel Konstitution, man. Neuen Runden. Der Leer ist halt auch in Angreifen. Tja, der stirbt halt, wenn ich einmal angreife. Das ist egal. Und dann castet es Warp-Mind auf Wes. Das tut aber nix. Wes, du bist dran. Du spürst, dass irgendwas in dich eindringen will. Aber es kommt nicht an deine Seele ran. Ja, ich mach nochmal ein Chainlightning. Ich fang bei dem ganz oben an. Ja, okay. Es tut mir ja leid, man. Was heißt, wieso tut's dir leid? Es sind nur Schwächlinge, die uns die Spellsler zwicken, wie wir sollen, Junge. ... Es funktioniert. ות intersections. Möe. Warat ja nicht. Jas rifat es doch nicht. Das passiert... Naja, das wär cool. So. Obrusian. Auch du bitte nochmal? Ich glaub, ich hab's auch mit Seldeck vergessen. Oh, nicht das, sondern... ...das hier. Wär's auch, oder? Ja. Okay, ich würfel mal für ihn. Ah, zumindest besser. Ja. Gut, dann... Nee. What the fuck? A natural 20, Alter. Du kriegst 54 damage. Du bist gegrabt. Deine Lungen füllen sich mit Wasser. Oh, da fehlt er. Hast du damage gemacht? Na, ich überleg nur, ob ich das Shield dazwischen snappe, oder wird's kaputt? Achso. Dann lass ich's lieber. Aber wenn ich grab bin, hab ich minus zwei, aber das ist trotzdem ein Mist. Was? Jaja. Ruderknochenruh. Du bist aber schuldig. Oh, das ist übrigens jetzt nicht schneller. Das ist ja auch schuldig. Ich brauche mir noch ein Mist. es sei alles dunkel so was die Gnade drüben aber es ist alles wie dunkel sie auch nichts wieder zu sparen wir haben mehr oder weniger die Hände das suche ich auf meinem wir tun mal wieder heute sind aber ich glaube wieder nutzlos schlagen ihn ja du hast halt nur low light also laut deinem Schied ja 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 und diesen nice das vorherige ist keine free action okay dann war's das baron 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 hier nochmal Bruder Knochenruhe ein World Safe ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft dass man hier schwimmen muss man hier schwimmen muss kannst schwimmen wenn du ins Wasser gehst stimmt ja dann hebe ich mir dann hebe ich mir den Spell Slot mal wieder auf und dann caste ich mit Sabber Maul ein Level 3 Spell nur nämlich Warding Aggression okay das heißt ich mache das mit act together das heißt dass ich boost boost eidolon auf meinen eidolon machen make a melee strike attack steht da das heißt das ist er part des spells das nehme ich her ja das heißt als Part des spells macht sie eine Angriff sehr gut Success und Gegner stirbt war klar dann habe ich noch eine action ja dann schieße ich noch auf ihn ein blitz kommt aus der kerale von Sabber Maul schießt direkt auf das Fischwesen zu aber es lebt noch meine goldene corona aura vor der mensch der ist mal drei force damage zeldick und das Viech zweitens voller Rage muss ich auf dieses Viech das mich festhält ein prügeln und zwar mit meinem one inch punch der kostet der kostet mich jetzt drei actions und hat extra dice und nur damit ich es euch gleich zeige mal ich glaube das spiel checkt das nicht auf level 19 kriege ich mein erster strike ist mindestens eine 10 also wäre das jetzt halt plus 5 ok aber es hat eh 38 getroffen aber auf jeden fall mit dem schwer zerschnitzel ich das Viech hat 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 während es mich festzelt steche ich die ganze Zeit von oben rein dann am ende in den hals das schwer zählt als anarmter das ja wegen meinem monastic weapon wie alles was ich anarmt mache halt wie der bogen vom hoodie kampf ist stark wie e und d freunde ein guter kampf spuckt ultra viel wasser aus oder was es immer war war wasser gell ich geh mich kurz verstecken hinter dem gang da sind deine ganzen Viecher noch stehen und heile mich zweimal wo will denn selber hin komme wieder ich muss 10 minuten meditieren ist jemand verletzt 10 minuten warte wieso seid ihr ums eck gegangen was ist das ich sah nach ob wir etwas vergessen haben ihr habt nachgesehen und eure stund auf einmal haben sich eure ganzen wunden geschlossen ich bin langlebig ich bin eine lange mir war kurz als hätte ich da irgendein licht gesehen ich heile mal so die leute um mich herum während wir das diskutieren das ist meine aura gewesen ahja bleibt etwas auf abstand von mir sonst werdet ihr doch meine aura verletzen ja das habe ich schon gemerkt ja das habe ich schon gemerkt wie tausend stacheln durch meine haut das heilt euch ihr seht verletzt aus ja er hält jetzt 10 minuten wer hat die anweisungen da von dem steuereintreibertyp bekommen ich aber ich habe jetzt schon ein atom davon das ist sehr gut aber wo an der ecke findest du interessante dinge schau wir haben die dinge für den steuereintreiber gefunden wir hatten ja schon eine warpelroute wir hätten die einfach geben können gerade brauchte keiner als ob wir einem jubberwock begegnen im nebys jubberwock ich stecke die dinge mal ein es ist aber nur die warpelroute die anderen sachen die er genacht hat sind da nicht dabei das war ja doch anläufen es schmeckt insgesamt gab es 3 notizen die 5000 2 stück und er nimmt sich beide für 10.000 ich kann sie auch haben wenn ihr uns damit teilt mir egal heißt das wir müssen jetzt schwimmen oder was ich weiß nicht ob ich überhaupt unter wasser komme mit so viel fett könnt ihr mal runter gucken sieht aus als wäre das so geschätzt 20 fuß breit und das geht ganz schön weit runter ja ne schlange gehen wir davor oder ich trinke erst einmal aus meinem ärmel geschütten eine potion of water was ein paar hier bevor du runter gehst wo bist du überhaupt der kleine ich gebe dir 4 stück das reicht mir nicht wie viele brauchst du 5 jedes minion hat 5 dann gebe ich ihm 5 dann kann ich sie bei mir einfach entfernen und dann nimmst du den ja lass dich einfach mit dir reinziehen oder ne ja lass dich einfach mit dir drin und machst du weg ja 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 ich gar nicht ne stunde wenn man länger oder wenn es langsam zu Ende geht sagst du uns eh Bescheid nämlich dann schwimme ich mal runter gleich wenn es so gut es geht mit dem Schild voraus wobei das kann ich wohl nicht schwimmen machen da muss ich wohl alles einstecken und runtertauchen ja da tauchst du ein bisschen vor und ähm es geht wirklich eine ganz schöne eine ganz schöne Weile nach unten ähm schätzungsweise tauchst du ungefähr 80 Fuß tief bis du dann bis du dann ähm ja quasi unten so ne so ne Öffnung siehst ähm tauchst dann wieder so ein bisschen hoch siehst ne Öffnung und die führt anscheinend in einen anderen Bereich naja schon ein guter Weg 80 Fuß dann tauch ich wieder auf es sind ungefähr 80 Fuß zu tauchen hab ich gesehen ob der Weg danach auch unter Wasser steht oder ne danach kann man wieder aufs trocknen ich könnte wieso müssen wir müssen doch gar nicht schimmeln ich frabe einfach einen Tunnel wir sehen uns unten ach wobei ne äh kommando zurück tatsächlich ist ja das ist so weit unten dass genau das Wasser steht in dem anderen Gang tatsächlich bis zur Decke auch also der Bereich ist komplett unter Wasser wir müssen wir müssen lange tauchen wir müssen lange tauchen der ganze Gang jetzt steht unter Wasser auch irgendwie nehmt die Wasser breathing potion sehr schön ich schaue so in die Runde sehe niemanden der eine beacht nehmen wir an seldeck ist auch sichtbar untot ravenards wissen wir ja ja aber es steht doch nirgends dabei dass man ich hab grad nachgeschaut da würde nichts stehen dass du nicht warten musst ich kann hier wache halten nein Sally ihr kommt mit wir brauchen euch dort unten ich bin leider kein guter Unterwasserkämpfer das überlasse ich lieber euch das sind wir auch nicht wir brauchen euch trotzdem für Gabe es war Gebs persönlicher Wunsch dass ihr uns beschützt na gut dann geben wir ihm mal so ne so ne Potion ich reiche ihm eine aber noch im Wasser schwimmend so aus meinem Ärmel schüttelnd greift sie schluckt sie runter na gut seid ihr bereit? nach euch schwimmen wir auf geht's geht zusammen geht ihr da rein was machen die anderen? geht ihr hinterher direkt oder wartet ihr? also ich warte oben ich geh nicht mit okay bist du ich komme mit ich warte ein bisschen aber folge da natürlich ich nehme keinen Potion Mann ich tauch mal so runter ich kann 9 plus 4 5 plus 4 alle die mit in diesen überfluteten Bereich äh reintauchen wollen stellt euch mal oben an die Wand stellen mich nur hin aber meine gefolgsleute folgen mir natürlich oder komm die kommen mit außer natürlich Butterkeks den bringe ich in eine andere Dimension in meine Tasche wie ein Pokéball okay alles klar dann ja fangt ihr an da unten hinzutauchen und genau wie sehr raschend vorher geht ihr 80 Fuß nach unten ihr taucht da so richtig weit runter ihr spürt wie der Druck immer größer wird richtig unangenehmes Gefühl für die Leute die es nicht gewohnt sind vor allem Pipipupu Mann du bist einfach nicht zum Schwimmen gemacht du bist weißt du du willst eigentlich in der Arena stehen auf festem Boden du willst da deine Tänzchen machen du bist halt nicht so ein so ein Schwimmer einfach aber trotzdem geh es natürlich mit vergeben und als ihr unten ankommt befindet ihr euch in einer anderen Kammer komplett überflutet ihr seht schon so vor euch irgendwo so ein ganz komisches ja lila Licht so ein bisschen funkeln und ähm als ihr da aber ankommt so vorne waren Seldeck und Sarah ja wie lange hat man das Ding gebraucht wie gesagt ich hab nix getrunken man ja was ist denn Schwimmspeed ich hab find halt keiner an Schwimmspeed ne dann ist es Athletics Action warte Athletics ja aber nur wenns Schwierigkeiten bedarf stilles war glaub ich saxiedert immer ich suchs mal kurz ja aber das stand glaub ich auch dabei bei der Schwimm Action wie weit man genau so ja gut you move through the water aber gab es da nicht auch so ein Standard Schwimmspeed der war doch nicht der gleiche wie der ja Handspeed oder ne ne ah ok 10 Fuß uff dann sind da 80 Fuß schon fast 9 Runden wieso du hast 3 Actions also du hast eine Action alle 2 Sekunden in in most instances of calm water get an automatic critical success also ja aber es dauert es dauert sowieso es dauert zwischen 10 und 20 Sekunden Tasha if your Landspeed is 40 feet or higher oh über zur Zorre bist du sogar der schnellste Schwimmer oder? du bist bis 60 ne fünfund ah warte mal fünfundsechzig wenn ich ja fünfundsechzig das ist wurscht 20 über 20 das heißt 10 dazu 25 kannst du pro Action krass ich bin so eigentlich werde ich nach oben gedrückt wegen meinem Fettmann aber ich strampel so krass du du drehst dich halt so ne Pirouette und dann bewegst du dich wie so ne Turbine bewegst du dich im Wasser nach vorne das steht sogar da unten man ich bin Master in Athletics also ich kann in so ganz Stormy Sea kann ich schwimmen untrained Leute nicht einmal können nur mit den stillen Waterschüssen nicht Leute legendary mailschum und waterfall bitte was krass kannst du den Wasserfall raufschwimmen kannst du den Wasserfall raufschwimmen weil du egal ich schwimme blitzschnell man dahin weil ich noch keinen Trank getrunken habe schauen wir mal wie viele Runden das gelaufen hat na gut also ihr kommt da so an und ähm das erste was euch auffällt ist genau dass es hier wirklich 80 Fuß natürlich nach oben geht ist ja logisch denn da seid ihr her gekommen ähm ähm der Raum ist vollständig mit Wasser gefüllt und ihr seht da so zwei erhöhte Podeste eines im Osten eines im Westen und da drin stehen mit Wasser vollgelaufene Sarkophage und ein Ausgang im Süden führt zu so einem komischen lila Licht gut pipipupu ein schlimmes Mann langsam geht ihr die Luft aus man dann trinkt auch alles klar gute Nacht Gehen wir jetzt sozusagen auf dem Boden diesen Gang entlang und können unsere Waffen nochmal benutzen oder sind wir die ganze Zeit mit beiden Armen am Schwimmen ihr schwimmt ihr schwimmt das ist Wasser wir schwimmen Junge was los was los wir sind behindert Junge so wir können nicht kommunizieren aber pipipupu kann Lippen lesen Mann du bist hoch und hast den Trank getrunken wieso hoch kann ich unter Wasser nicht trinken Mann oder was ähm ja ok ich bin ganz ehrlich da kommt dann so ein bisschen Dreckwasser mit dazu ist doch egal was tut ihr dann schwimm ich vor so gut ich kann so stafely wie ich sein kann und schau mich nach Fallen um sagst du uns mit deinen Fingern was du vorhast da schwimmst du einfach los ich schwimm einfach los war bisher auch immer so er schwimmt einfach los scheint sich nix zu ereignen findest aber auch keine Feind jetzt schaue ich nur zurück ich pointe mit dem Daumen so zu mir mir zu folgen und schwimme langsam weiter und was macht der Rest mit meinem Schwanz ist er wie ein Propellermann ist wie ein Propellermann mit dem Schwanz und deswegen blitzschnell man und als pipipupu nach vorne schnellt machen wir einen stealth check ja ist kein Problem wobei du machst es nicht mehr stealthy oder? naja ich bin immer stealthy auch man ich schwimme richtig stealthy man naja ich mein er bleibt ja nicht stehen er schwimmt ja eigentlich mit also so schnell wie er bin ich ja nicht theoretisch stimmt ja auch nicht oder du bleibst nur stehen und aus ich bin zuerst an der Ecke stehen geblieben hab euch gedeutet mir zu folgen und bin dann langsam losgegangen wenn du startest dann schwimme ich auch los man kann ja nicht wissen dass da Gefahr ist ja ich triff trotzdem mal stealthy Junge weil mit meinem Schwanz ich bin so leise im Wassermann ja super leise ich halte einen Motor ohne Motor irgendwie weißt ja ok aber ist mir egal wenn die mich sehen Junge ich überhole ihn auch bei dir ist nichts passiert wer als nächstes wer macht es als nächstes ich bleib bei gutem Abstand wobei Sabbermaul geht ein bisschen weiter vor ist klar dann würfel mal mit all deinen Viechern stealth check nein nein wie gesagt das Sabbermaul schwimmt ein bisschen weiter vor aber die anderen bleiben ein bisschen weiter hin mit mir also wenn du willst kann ich gerne mit Sabbermaul werfen die anderen bleibt bei Seldeck ok ok noch immer passiert nichts ich bleibe beim Baron dann kommt Seldeck dann kommt Seldeck er geht nach vorne kein Problem Leute ich schaff's ohl oh Seldeck Und plötzlich gehen diese zwei Särge neben euch auf. Und es erscheinen zwei total ekelhafte, verfaulte, aufgelubbernde Mumien. Und greifen euch natürlich direkt an. Bi-Bi-Bubu. Bi-Bubu. Underwater Combat Regeln. Ziemlich zart. Die sind ziemlich blöd. Wir hatten das einmal bisher. Also, wie machen wir das jetzt mit Waffen und Schwimmen? Können wir weniger weit schwimmen, während wir die Waffen haben, weil wir unsere Arme nicht verwenden können? Das würde ich nicht so machen. Das heißt, wir können mit unseren Waffen in den Händen starten. Jo. Ansonsten ist es zu nervig. Was können wir uns geben? Off Guard können wir uns geben. Außer wer Swimspeed hat. Stimmt. Das wird relevant gewesen. Bruder. Die Bipi-Pupu muss noch rollen. Und Zelldeck ist nicht in der View. Was ist Baron? Den habe ich nicht drin. Beschütze mich vor diesen Kreaturen. Doch, der ist auch da. Der ist ganz oben. Okay. Mach ich mal erfüllen. Er deutet mir. Ich weiß, was er denkt. Sagen wir. Dann würfel ich mal für Pipi-Pupu. Aber nicht auf Deception-Motorfolk. Pipi-Pupu. Pipi. So, sorry. Wieso macht er mit Deception bei mir? Mann, ich habe das doch umgestellt. Lösch mal den Scheiß. Lösch mal. Kann es nicht ändern, wenn schon eingetragen wird. Lösch mal seine Deception. Ich denke, irgendwelche Viecher oder was? Also, auch aus dem Zerr. Was soll ich das tun? Bruder, gucke ich an und ich zeig da hin. Aber erst mal ein Zerlektron. Beut auch, sagst du dich nochmal? Stimmt, es nicht schon. Zeldick freut sich natürlich extrem, weil sein flammendes Schwert hier unten natürlich nichts macht. Wassertippen sind immer grausam. Sogar in den alten Zelda-Spielen und in Super Mario ist Wasser immer schlimm. Sonic ist Wasser schlimm. Wasser ist immer schlimm. Wieso macht das nichts? Weil ich mal gerade gucke, was er so kann unter Wasser. Just not its fire damage. Okay, locket, kriege ich ja her. Bist auch flat-footed. Hörst du, du kannst das entschwimmen? Speed, pipipu. Pipipu. Schwimmt hier hin. Eine Action. Verfehlt. Natürlich. Ja, ich sag, ich sag ja, das Flammenschwert, es ist hier unten einfach nicht gut im Wasser. Deswegen haut der Stadler sie mit seiner Faust zu. Hat einen kritischen Treffer. Und die Mumie ist geslowt. Dank eurem krassen Hero, Zeldick. Mumie ist dran. Das macht einen Whirlpool. So. Und zwar machen alle in der Reichweite von 30 Fuß um das Vieh rum. Das müssten alle sein. Äh, einen Reflex-Safe. So. Genau. Alle, die einen Fail hatten. Werden 20 Fuß weggedrückt von der Mumie. Weg? Ja. 20 Fuß weg von der Mumie. Und, ähm, wenn ihr einen kritischen Failure hattet, dann seid ihr auch prone. Unterwasser prone. Und das hier ist der Damage. Und das hier ist der Damage. Welche Richtung soll ich nicht drücken? Einfach nur weg, oder was? Hm? Ja, weg von der Mumie halt. Genau. Oh, ja. Das schon alle? Hm. Okay. Okay. Jo, da hat er noch eine Action. Mit der schlägt er natürlich zu. Der Wichter, oder so. Oh, welches Trident ist denn jetzt hier? Melee. Shit, kann ich dabei. NANI! NANI! Das 35er. Trifft. Was ist denn, der kriegt 35 Damage? Die nächste Mumie. Die macht genau das gleiche. Auch hier ein Whirlpool. Das ist 3-Roll-ig. Da ist der Damage. Was gegen mein Plan angeht. Hat sich ja gelohnt. Und auch hier natürlich wieder, genau. Weggedrückt werden von dieser Mumie. Also ihr werdet jetzt quasi wie so ein Tennisball hin und her gespielt. Und dann schmeißt er noch. Schmeißt noch einen Dreizack nach Bruder Knochenruf. Er fehlt aber. Was? Ja. Was ist das? Und dann ist Pipipupu dran. Pipipupu. Hallo Captain Love. Willkommen, willkommen. So, Sarah, Mann. Kannst du schnell schwimmen? Nee, ne? Bis den Lulu schwimmen. Ist das so? Ach ja, guck mal hier. Water Pressure. Wenn ihr eine Runde beginnt. Innerhalb von 30 Fuß Reichweite. Ja, natürlich. Bei mir fällt dir das dann ein. Das ist ja nicht so. Nee, nee. Könnt ihr ja wieder nachholen. Das ist ja egal, dass ich da hingehe. Dann ist es mir auch egal. Dann mache ich einen Lexing Tumble. Tumble durchs Wasser. Zehn Fuß. Weil ich 25 kann, geht sich das aus. Hälfte. Pipipupu. Ich bin in seiner Range. Das heißt, er muss sein Reflex DC gegen Anakobatik. Das schafft er sicher nicht. Critical Success schätze ich. Puh, ich. Ja. Aber es ist eh egal. Er ist ja sowieso off guard, Mann. So, dann eine Action nach vorne. Nee, der ist nicht sowieso off guard, weil der einen Schwimmspeed hat. Hä? Aber da steht halt der Homie von uns. Ach so, das meinst du. Der Homie steht halt. Dann stehe ich vor ihm. Dann was machen wir. Dann stehe ich vor ihm. Dann schlug ich den gleichen Finisher. Nee, doch nicht. Als erstes genau richtig. So fast vergessen. Wo stelle ich das um? Bei der Waffe. Ich greife jetzt mal normal an. Oh, nicht Finisher. Ich wollte auswählen, dass er Piercing Damage macht, Junge. Aber es macht eh Piercing. Ich wollte nicht Finisher machen. Das ist eine normale Attack. Du musst nix würfeln. Er trifft es aber nicht. Äh, der 39 doch trifft. So, was ist das für ein Müll hier? Ich muss das wegmachen. Dann geht's. Kriegst du nochmal den Schaden? Wo natürlich jetzt Feuer-Damage dabei ist, genau. Ja, komm. Ich werde jetzt nicht anfangen, über den Feuer-Damage wegzumachen. Aber ihr solltet keine Feuer-Spits casten oder so. Und dann töte ich ihn. Also ich töte ihn. Ich mach Bleeding-Man. Das soll mal bluten. Dann kommt ein Finisher. So Leute, in der nächsten Runde wird der Boss dazu kommen. Das suche ich schon. Also ich die Schien-Manchen-Fahrene ist, ja. Ich bin gespannt. Äh, für... Na warte. Schien-Man brauchen wir jetzt ja diesen Athletic-Check, oder was? Ui. Nee, das passt automatisch. Es ist ja stilles Wasser. Auch. Ein Whirlpool-Manager ist aber stilles Wasser. Der Whirlpool ist ja nur, wenn der den macht. Der ist ja nicht konstant. Dann versuchen wir zu exploiten. Ich muss eh noch rauswürfeln, wie lange der den nicht machen darf. Hier ist es. Drei Runden. Der andere. Oh nein. Wir füllen einen anderen nicht. Das könnte ein Success sein. Gegen was war das? Äh, Standard-DC. Ach so, ja, ist Success, ja. Okay. Das heißt, äh, Zeldac hat auch plus zwei AC, wenn er ihn angreift. Wegen diesen und diesen. Okay. Dann mache ich einfach Off-Guard weg. Perfekt. Und dann ist meine Waffe stärker. Ich greife an. Zack. Und ich reise ihm noch so eine Schuppe ab oder sowas. Wie hoch ist der Raum? 80 Fuß. Das ist schon relativ hoch. Wieso werden sie dann nur gegen die Wand gedrückt und nicht nach oben? Weil ich euch nicht komplett überfordern will. Ach, komm ich mir. Sonst wird besser wirfeln. Kannst uns ja ein 3D-System suchen. Was ist das Problem? Was soll uns einfach eingeben? 20 Fuß oder so ein Schuss? Ich zaubere die monströse Form auf mich und verwandele mich in eine Seeschlange. Warum leist den Phönix? Ups. Falls der Platz hier nicht reicht, würde ich so ein bisschen zur Seite noch schwimmen. Den Wichtler kann ich ja wegbewegen. Ohne Entschuldigung. Keine Ahnung, wie groß ist so ein Vieh? Ja, also ich muss wahrscheinlich zur Seite schwimmen, dann mache ich das vorher. Assuming a huge Battleform. Ja. Deswegen habe ich gefragt, wie hoch der Raum ist, ob ich denn nach oben schwimme, aber ich kann eh zur Seite schwimmen. Das war schon. Naja, bist dann so zur Seite gedrückt. Das heißt, ich habe jetzt einen Swim Speed. Aber das sind zwei Actions. Checkt together, kann ich mit Sabbermaul aber nochmal schießen. Und das tue ich auch. Und der Baron. Die Schnauze wächst und wächst, wird immer länger. Der Schwanz wächst und wird auch immer länger. Die Flügel ziehen sich langsam ein. Stattdessen bekomme ich Blossen. Vorher steht nicht mehr eine Ratte, sondern eine riesige, dunkelgrüne Seeschlange. Und ich schwimme jetzt hier umher. Um die Mumien herum. Schnappe immer mal kurz danach. Bin bereit, sie zu verspeisen. Ich move hierher. Ich nehme an, ich kann nicht steppen, während ich schwimme. Das heißt, hierher. Mache, raise a shield. Und betecke mit. Glory of Blows. Minus 10 wegen Feuerschaden ist 6 und 4. Nee, ich sag ja, den Feuerschaden, den lassen wir einfach. Wir sagen nur, ihr könnt halt keine Feuerspells casten. Wie du magst. Oder eine Fackel machen oder sowas. Da stand doch eh nix von Runen eigentlich. Eben. Deswegen judge ich das jetzt einfach so. Da stand ja wirklich spezifisch nur... Ein Attack with a flaming Battle Axe could still deal its physical damage, just not its fire damage. Ja. Wollen wir das so machen? Nein, akzeptiert. Ist voll okay. Du hast in dem Kampf gesehen. Let's go. Man könnte einfach Fire Resistance eingeben. 30 oder was weiß ich. Oder 1000. Und eine Million. Zeige Millionen. Schlecht gewürfelt. So, Zeldick ist dran. Der ist halt hier echt mies. Der macht fast nur Feuerschützer. Du hast. Der macht gut Damage. Jawohl, Zeldick alle. Und der macht gut Damage. Das Fee ist jetzt auch Off-Guard, zunächst eine Rumpel. Ich probiere dann nochmal zweimal mit seiner Faust drauf zu hauen, verfehlt leider. Die Mumie ist dran. Mumie will Seldeck hauen. Mumie haut Seldeck. Seldeck benutzt seine Reaktion. Was für ein mächtiger Krieger er hat. Iron Command. So, und er befehlt jetzt dem Feind einfach so, ja, ey, know your place, motherfucker. Er befehlt dem Feind einfach, ähm, to kneel in obedience. Also er soll sich hinknien und, ja, keine Ahnung. Warum das die Mumie machen sollte, keine Ahnung, aber, ähm, genau, entweder geht er jetzt prone als Free Action oder nimmt Mental Damage. Und natürlich will sich diese Mumie nicht einfach hinknien. So, was noch? Er macht drei mehr Damage, bis zu seiner nächsten Runde. Ja, fand jetzt die Mumie natürlich nicht so cool. Geht deswegen auf Bruder Knochenruhe. Du, der Privately rolled some dice. Aua. 22 Schaden. Die Mumie ist dran. Man hat ja nicht irgendwie so einen Whirlwind-Angriff oder sowas. Du hast doch gerade einen Whirlwind gemacht. Ne, Whirlwind, wie vom, ne? Drei Action einmal rumspinnen, alle treffen. Achso. Er sticht auf Calcium ein. Warum auf Karl? Weil er schwach aussieht. Aua. Stirb, Calcium. Aber du greifst Knochenruhe an. Oh. Der erste hat Calcium gar nicht getroffen. Der zweite hat... Der hat mehr AC als Bruder Knochen. Ist das denn, ne? Ey, tödlich, Junge. Das labberscht. Mehr Calcium. Ey, wie hältst du von, was hältst du von Calcium hier? Und wir schätzen nicht. Pipipupu. Pipipupu. Pipipupu tanzt mal wieder. Unter Wasser. Und man glaubt vielleicht, dass man nicht tanzen kann unter Wasser. Aber so elegant, wie er sich bewegt, man ist wie eine Meerjungfrau, eine Dicke. Es ist wunderschön. Will die sie? Will die sie? Dann ist es ein Fail. Was? Was? Ja, die wollen, die wollen viel. Dann, dann sind sie vielleicht langsam. Dann tumble ich, man. Hin und her. Und er muss... Er muss gar nichts. Mann, ich mach einen Akkuratik-Check. Genau. Okay, ist ein Reflex-DC. Das wird ja wohl hoffentlich jetzt klappen. Ja. Das ist ein Crit. Das ist ein Crit. Dann ist egal. Ist off-guard, Mann. Aber ist so, ist so off-guard. Dann stehe ich jetzt da. Und dann werde ich ihn nicht bledigen. Ich mach Liefel. Obwohl, der ist schwer verletzt. Das ist nur ein Tricksviech, Mann. Egal. Mach Liefel und ich sage, er muss würfeln vor die Tut, Mann. Was? Ruderknochenruhe. Ruderknochenruhe. Wie haben wir das letztes Mal gemacht? Ist der jetzt immer noch exploited? Nein, ich muss das jede Runde machen, richtig? Noch nicht, oder? Poste mal. Poste mal. Until I do it again. So, eigentlich müsst ihr... Solange ich keinen anderen wähle. Hast du es noch? Ist gut. Ist gut. Dann intensifyen wir das mal. Ich halte es ihm nochmal ins Gesicht. Und er würde aufschreien. Könnte er... Unter Wasser... Geräusche von sich gehen. Und er würde aufschreien. Und er würde aufschreien. Und er würde aufschreien. So... Die Waffe macht, glaube ich, mehr Damage, weil du bekommst Plus auf alle deine Attacks. Mit dem Woofer, das heißt, kannst du Recon Knowledge, glaube ich... Intensify. Ja, du bekommst Plus 2 auf die Attack Rolls. Na, dann machen wir das. Warum ist das nicht dabei? Na, wir machen das aber... Dann habe ich gesagt Plus Minus Null, weil du Minus 2 kriegst bei Melee Slashing und Plutching. Und da ist das dabei, perfekt. Das machen wir noch ein zweites Mal. Und das war's. Ein Baron. Der Baron, also die Seeschlange, schwimmt hier herum. Und dann plötzlich schnappt sie mit den Zähnen. Nach dieser Mumie, die es gewagt hat, Carl Sium anzugreifen. Ach, komm. Act Together-mäßig schwimmt. Der Sabbermaul ein bisschen nach vorne. Und Carl Sium versucht sich zu rächen. Oder mache ich das mal? Nein, das war richtig. Carl Sium greift die Mumie an. Das trifft er auch mit den... ...Darmor. Opportune Packs. Ui, ja. Aber Minus 2, wegen Slashing Damage underwater. Also hat er 37. Wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Wäre es ein normaler Hit. Das wäre der normale Damage. Zwei Actions habe ich noch. Mit der einen... ...wird Sabbermaul die rechte Mumie angreifen, mit einer normalen Tag. ...Slashing war auch Minus 2, oder? Mhm, alles aus der Piercing. Hab ich nicht. Nope. Ey, das kämpft... Ich will nur 1 und 2, ja. Das ist richtig was. Der Bobby ist nochmal mit dem Baron und dem Schwanz. Der Seeschlager... ...das kann ja nicht sein. So, ich gehe all in mit einem... ...3 Action, 1 Inch Punch und haut drauf. Aber es muss mindestens eine 10 sein. Das heißt, eine 43 minus 2, wegen Unterwasser. Trifft das. Was soll treffen? Eine 41. 41, trifft ja. Also mein erster Striker ist immer mindestens eine 10. Und weil ich Underwater bin, noch zwei abgezogen. Weil es ja Slashing-Waffe ist. Dann ist das der Damage. Und ich bin fertig. So, plötzlich... ...bemerkt ihr, wie sich irgendetwas in dem Raum... ...vor euch liegt. Ich wollte nur sagen, also ich habe jetzt... ...die Shield-Regel nochmal durchgelesen. Mein Shield ist broken. Und nicht kaputt. Weil das ist, wenn die HP auf Null sind. Aber es gibt einen broken threshold. Deswegen kann ich es nicht mehr verwenden. Plötzlich schwimmt euch da... ...was vor die Nase. Sieht aus wie so eine... ...Skelett-artige Swings, kann man quasi sagen. Und... ...wurde anscheinend darauf aufmerksam, dass da gekämpft wird. Komm doch, komm. Was soll ich jetzt sagen? Oh, voll schön, Stine. Und ihr seht, wie... ...wie... ...von irgendwo von der Seite... ...irgendwas... ...auf dieses... ...merkwürdige Wesen drauffliegt. ...wurde so eine Skanke viel zu probieren... ...Hwww. Schreiere ich hier einen Bereich! Wire ich Chance ein paar Daten. Was? auf plötzlich erscheinen. Geht das auch durch? Ja. Können wir machen es mal. Das ist lustig. Ich vermisse Gobinoe, deswegen... Ja, aber eigentlich, da steht ja, dass du nur das Cast kannst, dass da die Möglichkeit besteht. Das heißt, du müsstest dann trotzdem nochmal zwei Actions benutzen. Ich weiß, deswegen habe ich ja gerade gesagt, der ist da jetzt quasi der ganze Zeit, hat er sich da hinbewegt und er schießt jetzt. Dann mach halt mich aus. Auf alle, Mann. Das ist ein Korn. Das ist ein Korn. Sollte alle treffen. Ja, mach mal, Junge. Na, schau her. Na, schau her. Das ist nicht alle, Mann. Mach halt. Zeig uns, wie du das machst, Junge. Ups. Nimm mich nicht alle, wenn du da rumstehst. Oh, ja, genau. Ja, genau. Nein, aber... Nee, warte, was? Ich hatte doch gerade... Warte, warte, warte. Ach, komm, wenn er dir in den Sturz sind. Schade, Mann. Gefickt von seiner eigenen... Nein, ganz ehrlich, Mann. Du kannst das auch von hinten machen. Oh, schade, das hat das jetzt bitte. Du kannst das auch von weiter hinten machen, Mann. Warum soll ich... Wenn ich es von weiter hinten mache, ist es schlechter. Wollte ich nicht, probiere es auch noch. Weil es dann gegen die Wände geht. Aber so ist das gut, ja. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich denke, er hilft. Ja. Als hätte ich dich selbst gesehen. Ah, komm. Ich hätte das nicht gecheckt, Junge. Ups, stopp. Ja, genau. Ich den Würfel... Der Damage dieses Mal. Ja, gebt euch mal nicht den Schaden, weil das bin nicht ich, der das würfelt. Wie jetzt? Das war jetzt. Ich würfel... Wie kann man so schlecht würfeln? Eine 3? Mach ihn jetzt. Und eine 9. Das ist der Damage, der Ball. Ich komme in der Verarschung. Was zum Teufel ist das? Das ist unter Wasser, Mann. Aber ich sehe, wie sie seine Lippen bewegen. Ja, das ist Zeichensprache quasi. Kennst du natürlich. Kann ich mit dem lesen, ne? 5000 Jahre Zeichensprache zu lernen. Du weißt, was er will. Wie denn, Chris? Kranker Dude. Stärker als der Baron. Der hat schon echt viel Schaden für euch gemacht. Also ohne Witz. Ja, aber eine 38 trifft doch eh nicht. Man kriegt auch minus 2 eigentlich. Mit Slashing Damages. So machen wir auch mehr Schaden. Ja, wirklich? Ja, mein Gott, okay. Dann mache ich ihm halt den Schaden wieder weg. Ich nehme ihm helfen. Okay. Dann ist das vorhin. Dann ist das auch kein Crit. Okay. Toll gemacht, Leute. Ihr hättet nichts sagen können. Ich kriege halt meine Goshen nicht zurück. Viel besser, Mann. Entschuldigt, Leute. Ich dachte, das hätte viel besser getroffen. Aber irgendwie... Keiner hört's. Zeichensprache wieder. So. Stirb's aber mal. Junge, du willst mich doch verarschen gerade, oder? Ich bin jetzt tot, Junge. Ah. So. Und der... ...hat wieder seinen... ...Wirbel. Da kommt er nämlich. Alle wieder, nehme ich an. Ich habe den Baron selbst noch nie, glaube ich, über eine Zweige gerollt, gefühlt. Hier ist der Schaden, die mit Fail 20 Fuß weg von dem Vieh. Hier ist der Schaden. Hier ist der Schaden. Und dann, hier ist der Schaden. Ach so, warte. Eine Action habe ich. Pipipupupu.. Runn Nee mann, die erkennen das, diese komischen Viecher da. das die anscheinend gut drauf f зависiten... Kann ich? Möchte ich dann... Ach komm.. Calt's! Hier oh man. Erst kannst du... Ja, eigentlich verarsch ich... Ja, Summoner! Oh je... Summoner ist großartig. Wir alle lieben Summoner. Ich würfel nur 2 und du kriegst auf jeden Fall. Entschuldigung. Das ist Summoner Passive Debuff. Armer... ...fucking Summoner. Wir sind immer weitergegeben an den Summoner. Dann hab ich Panache... ...und dann ficke ich ihn. Und zwar mit einem Confident Finisher. Ganz Confident, Kliemann. Ich schwimm mal mit meinem Schwanz als Propellermann. Mach ich 3 Loopings, man. Hin und her, man. Ich wollte einen Speed haben, man. Denn mit meiner Rapier, man stech ich ihm... ...komm angeflogen, man stech ihm in den... Ja, 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 ja. Genau so hat es sich ereignet. Okay, dann mach ich noch einen Leading Dance. Muss ich das immer posten? Nein, ich mach einfach, Junge. Performance gegen seinen Wilde Sea. Ich glaub, das reicht sogar. Das reicht ja. Dann move ich... Ne, warte. Ich move da runter hin. Und ihn lass ich da stehen. Clever, man. Clever. Wird auch Bruder Knochenrug was Cleveres machen. Pi, Pi, Puh, Puh, Mann. Kennt sich halt aus, Junge. Krasser Gladiator. Darf ich Gladiator im Lau machen, Mann? Wen hast du jetzt getroffen? Den bei mir? Natürlich, Junge. Nein, natürlich. Opportunen Backstep. ... Die Stretter kannst du... machen. Ja, durch. Ding, boom. Oui! Schamme sehr hoch. Da sieht er was, wenn's Dings ist? Bim Bam, ja gut, machen wir selber Spiel. Ui. Das hat nicht getroffen. Ui. Dort ist der Deck, der sich festhalten soll. Bewegt sich zu viel. Ich treffe ihn nicht. Na gut. Dann greife ich mal an mit dem Baron. Mach mal Hero Points. Was ist los jetzt? Er hat sich das letzte Hero Points genommen hab ich von 2 auf 2 wieder gemacht. Ich hab 2 Hero Points, hab ja die zusammengefasst. Na gut, Act Together, Sabber Maul. Also Minus 2 hab ich nicht mehr eingetragen. Na gut, die Seeschlange hat auf ne Seeschlange Minus 2 im Wasser. Aha, bestimmt auch wieder den 8 gewirft. Aber Sabber Maul kriegt Minus 2, was D eingetragen hat. Es trifft aber. So. Dann Calcium darf er auch kostenlos zuhauen. Calcium würfel aber gut, muss man sagen. Äh. So. So. Es trifft aber nicht. Du hast die 2 schon drin. Das ist... Ah ne, ist okay. So. Du hast halt den Rechten auch ausgewählt, aber du hast auf den Linken. Das trifft aber. Dann schlage ich mit dem Schwanz nochmal auf den. 06 ist schonmal im Provement. Eine Action hab ich noch, mit Sabber Maul. Minus 2, mhm natürlich. Irgendwann komm ich mal über 10 glaub ich. Äh. Habt ihr das alles schon gemacht eigentlich? Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht, tatsächlich. Ja, nicht. Aber ich bin ne Seeschlange, hallo? Also da müsste ich doch wirklich gegen ihn wohnen sein. Ja, du hattest es ja... Das war ja schon vorher da eigentlich. Gut, aber dann hab ich mich ja... Ich hab mich ja direkt in ne Seeschlange verwandelt. Junge, ist doch egal. Du triffst doch eh nicht. Ob du jetzt zumindest 2 hast oder nicht. Und wenn du die killst, dann ist es doch eh weg. Aber Minus 2 kommt auch noch drauf. Das heißt, das trifft dann nicht. Das trifft aber. Und mit meiner letzten Action... Da ist nur noch Fetzen. So ein paar schwimmende Fetzen sind eigentlich nur noch vor dir. Ja, dann soll ich auch nochmal draufzuhauen. Mein Gott. Und zwar mit der Faust. Wie viel Damage macht das? Ein D4 plus 11. Könnte... Aber ist nicht ganz wohl. Ich glaub das irgendwie nicht. Nein. Nein. Hey, Mary. Ah, ist der Zweier. Schau. Brauch ich die nächste Runde nicht prüfen. Tja, das Vieh ist wieder dran. Kann ich das jede Runde machen? Das ist ja ultra krass eigentlich. Auf geht's, Junge. Das wird doch schon wieder ein Party-Vibe. Auf geht's. Das wird ja trotzdem ein Space-Slot kosten, oder? Ist ja nur die Möglichkeit das zu casten. Spinn, das ist ja nicht auftreten. Ich kann das nehmen. Und ich kann das lassen... ich kann das nicht tun. Ja, stimmt. Ja, ja. Dann macht sie nämlich genau das Gleiche nochmal. ihr spürt wieder irgendwelche energie vorhin kam sie von links diesmal kommt sie von rechts in dieses wesen rein fließt und wer sieht denn hier am gefährlichsten aus natürlich diese riesige fucking seeschlange blutet überall es ist eine riesige seeschlange also das ist der wendepunkt ich könnte hier mal den boss nicht aufgeben freunde die ganzen grids vom baron selder hat sich alle gestohlen und ob ihr es glaubt oder nicht selder gestreckt die mutige sie haben einen trident in der hand greifen damit mit den fucking clowner oder was ne ich habe die ganze zeit mit tridents angegriffen mit clown am schluss einmal habe ich sogar den trident geworfen das schlechteste tank der bild ich lebe den rest überlasse ich euch und racer sein schild soo Mumia wenigstens du für ihn wenn muchen Blblblblblblblblblblblblblbl Ich darf deine Maul essen Das wär das echt gemein Nicht nur Koch als Bio mein Zählen sie das dann nicht mehr mit? Ich glaub so 10 ist der geil, ich mach die ganze Zeit. Ich hab halt die ganze Zeit eigentlich das hier noch. Na gut, das sind so 5 Schaden oder 6 Schaden oder was. Oder 12. Der ist schon bewusstlos. Dying 2. Und die Mumie schlägt weiter auf Karte. Das sollte aufs Server gehen. Er trifft mich leider. Ist aber nur ein normaler Nitz. Wird aber bei dir ein Crit gewollt. Der trifft sich leider. Wer mit Schilden? Nein, wer trotz. Rettet deine Freunde. Bist du da hoch ge... Jetzt bin ich am Überlegen Junge. Von da seh ich den unteren nicht. Ich muss da rauf. Und dann würde ich ihn unten aber eigentlich faszinaten. Faszinating Performance. Das heißt ich performe gegen seinen Wilde See. Da ist ein Perform-Button man und man kann es nicht machen. Ich hasse es. Gegen seinen Wilde See der untere. Das ist ein Link zur Action. Das ist ein Fail. Da ist aber drin auch nichts. Man, wie sind die alle so gut im Wille Junge. Scheiße Mann. Ja, was willst du denn machen? Dann steche ich einfach auf den Typ da ein. In der Liste kannst du auf die Acting... Kann man die schon aus Action da aufdrücken. Ich steche halt auf den ein, Mann. Dann... Egal. Pipipupu. Obwohl, warte. Pipipupu? Ist das ein Check, Junge? Ist das ein normaler Skill-Check, oder? Das ist kein Skill-Check. Das ist ein Angriff. Aber der Performance war nicht... Achso, ja gut, ja. Nee. Es geht sogar da. Skill-Check-Doppel-Punkt-Performance. Egal, Junge, Mann. Passt schon. Nächstes Mal. Das bringt dir nix. Beruhe der Knochen. Rette deine Freunde. Ja, ja. Überleg ich grad. Ähm... Da sind so viele Dinge und dann... ...komm finde ich's mal wieder weg. So. Dafür brauche ich... ...nur mein Inplement. Okay. Rette meine Freunde. Sagt er. Ui, Seldeck. Eigentlich wollen wir Seldeck ihr Tod. Richtig. Baron, du wirst gar nicht gut aus. Lass mich dich heilen. Sie ist eine wiesige Seeschlange mit tausenden Wunden neben dir. Es ist mir egal, was du bist. Du bist verletzt. Du wirst geheilt. Du wirst geheilt. Ich heile dich in Bell'O-Medicine. Ja. Aber das ist okay. Das ist wie so eine gestopfte Socke jetzt, oder was? Auf einer Seite ist alles zusammengenäht. Sowieso nach links gebeugt, alles gut. So, der da unten, der ist mir egal. Ich stehe mich mal hier hin. Ich schlage einfach mal auf das Ding da an. Ohne den. Trifft aber dann nicht, weil Minus 2. Ah ja, stimmt, ich habe das Ding nicht. Okay, ja dann. Baron. Und gestärkt von meiner magischen Widerstandskraft. Was ist denn mit deinen Viechern? Verschwinden die jetzt eigentlich, weil du weg warst, oder? War weg. Du warst ja bewusstlos, oder? Nein. Man muss den eh verschieben, eigentlich. Der Baron ist die kleine Ratte, die riesige Ratte. Aber eigentlich wieder verschoben. Das ist mir klar, aber ich habe keine Ahnung, welches seiner 5 Viecher eigentlich sein Summon ist. Ja, das kennt, weiß keiner. Ja, durch Subbermaul, was redet dich hier denn aus? Okay. Der hat sogar Space gecastet. Ja, der Calcium ist bewusst. Du hast für ihn, muss ich einen Dings machen. Kann ich auch gerne erstmal machen. Okay. Das ist mein Animal Companion. Okay. Ja, das Junge mach. Und dann beiß ich gestärkt durch die magische Abwehr, die ich eben gezeigt habe, beiß ich ihn und fresse diesen Bumi auf. Äh. Fress ihn einfach auf. Und mit einem Egg together. Trau ich mich gar nicht, mit Calcium was, äh mit Subbermaul was zu machen. Doch, ich cast mit Subbermaul. So, was kann der denn jetzt eigentlich noch machen überhaupt? Dann cast ich mit Subbermaul auf Level 4. Gar nicht mehr so viel. Tatsächlich. Ne. Ein Invisibilität. Dann haut der jetzt einfach nur noch drauf. Und Subbermaul wird unsichtbar. Aquatic Assault. Der Wichtler darf sich kostenlos nach vorne bewegen. Und ich hab Swim Speed von 90. Und noch eine Action. Kann ich hier einfach durchschwimmen? Es ist hoch genug. Wo willst du lang schwimmen? Hier lang und hier durch. Ja. Also es ist sehr eng, aber er kann sich ein bisschen dünn machen. Ich bin ja eher lang. Ich bin ja eher lang. Ja. Das stimmt, ja. Dann würde ich einfach hier durchschwimmen. Über das Ding und dann wieder unten auftauchen. Ich hab 90 Speed. Ich bin jetzt erstanden. Okay. Ja. Ist es jetzt calm water, dass ich automatisch Crit Success auf Speed aufschwimmen bekomme? Ja. Dann schwimme ich hierher. Bin an dem Fieder. Ich mache. Meinen. Blur of Blood. Minus zwei. Und minus zwei. Der zweite trifft wahrscheinlich nicht. Und mit der letzten Action. Ich nehme an er hat keine Waffe oder so in der Hand. Das ist vollkommen korrekt, ja. Und mit der letzten Action mache ich dann... Versuche ich mich an die Wand zu pressen oder an den Boden, wie eine kleine Schlange halt ist. Und zu heilen. Weil ich kann das überall. Ich brauche gar keine Cover dafür. Vegan Legendary. Das ist jetzt so eine dunkle Stelle im Wasser. Genau. Das heißt, wenn du jetzt versteckt wärst, dann musst du dich das Vieh erst suchen oder bist du einfach nur concealed? Ich bin hidden. Dann kommt Perception DC. Ja. Genau. Also, ich bin nur hidden. Wenn es funktioniert, dann kannst du draufziehen. Dann muss er halt wenn er mich treffen möchte halt, den Flatcheck machen. Ja, irgendeine kleine Schlange, die vor diesem Besen verschwindet. Oder eine riesige Megafucking-Schlange, die gerade über dessen Kopf geflogen ist und jetzt hinter ihm ist. Also. Es macht einen Aquatic Assault. Das heißt, sie schwimmt da mal dorthin. Schwimmt von dir weg, da hin. Darf ich da auch eine Tag of Opportunity machen? Weil ich Hidden bin, plus zwei, minus zwei von dem Standard-Chart. Daher wäre es mein Hidden wohl auch weg, vermute ich. 46, bleibt 46. Trifft, wundert sich natürlich, wo das jetzt herkommt, aber die riesige Schlange ist riesig. Hidden heißt nur, dass er, er weiß eh sogar, in welchem Square ich glaube ich bin, aber halt nur die Umrisse und sieht nicht ganz gut so, schade. Weißt du, wie viel HP ich habe? 91. 93. Ja, natürlich weiß ich das. Ich sehe es doch. Ja, das ist, äh, ja, bitte. Gut, das erste Problem ist anscheinend beseitigt. Dann macht sie das gleiche nochmal, schwimmt mit einer Action hierhin und probiert dann nach dir zu hauen. Ich bin mir nicht sicher, weil es steht bei Hidden selbst nicht da, dass es weg ist, wenn ich zuschlage. Ja, aber es ergibt für mich irgendeine Grenze hin. Ja. Wird ich jetzt nicht mehr. Ja, anders hat es ganz normal funktioniert, nicht in den Schaden. Okay. Das war die zweite Action. Jetzt kommt noch eine dritte. Aber bei ihr ist auch minus zwei, oder? Weil das hier ein Slashing-Schaden ist. Oder ist es nur bei Waffen? Sie hat einen Schwimmspeed. Da zählt sie jetzt nicht, oder? Oh ja. Nur off guard ist sie nicht. Musst du nochmal? Das macht aber keinen Unterschied für die... Nein, 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 aber für die Zukunft jetzt halt. Ja, gut genug, gut genug. Sehr leck. Uff. Wie weit kann man schwimmen mit... Wie weit könnt ihr schwimmen? 15, weil Skarmwater ist automatisch mit einer Action. Und wenn er über 40 hat, kriegt er nochmal 5 extra für jede 20 über 20. Okay. Also wenn er 40 hat, 20. Schwimmt hierhin. Wenn er 60 hat, 25. Schwimmt hierhin. Ja, aber halt, stopp. Was heißt, 20 Fuß steht da, Throne Feet. Also nur 20? 30 steht da. Selbst wenn, kriegt er nicht weniger Range. Range... Das... Wenn es de- Pludgeoning oder Slashing Damage ist, verfehlt er automatisch, Mann. Und bei Piercing ist halber Range. Das kannst du sowieso vergessen. Du hast nur Range für... Range hat es zu de- Pludgeoning oder Slash... ...automatically bis... Oh. Ja, aber es ist Piercing Schaden, aber es hat die Range Increment verhaft. Sag ich doch. 15 Fuß kannst du da. Ah, okay, okay. Naja, es ist halt minus 2, glaube ich, oder? Wenn du drüber gehst, über Range Increments. Dann geht er halt hin. Kommt er ja auch hin. Eine Action hin. Schmeißt die Javelin. Dann geht er wieder hier in Deckung. Deswegen lebt er so lange. Puh, 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 Mann. Propeller geht an. Lauf hin, schießt, läuft hin. Du ich... Herat, du ich, Mann. Ich seh dich eh nicht, Mann. Man fett streift dich so, Mann. Du wirst so gegen die Wand gedrückt, Mann. Ich will nicht mehr hin. Dann drück ich dich. Egal, er sieht dich trotzdem nicht. Ist so. So, dann steh ich da und dann mach ich einen Wexing Tumble. Das heißt, kann ich durch den Durchstumble nur nichts schaffe. Das heißt, wieder ein Akrobatik. Ja, easy, Junge. Gegen seinen Reflex-DZ. Ist das ein Crit oder nicht? Kannst du überhaupt noch mal striden, wenn du es finden musst? Das ist ein Crit. Stride zu half, Mann steht sowieso. Oder du streitest du nicht so. Egal. Streit, ja, okay. Kannst du auch nicht tumbling, oder? Dann wirst du komplett sehen, Lars, ja. Wacht, goes, wach, schmuckler. Wir sind uns einig, Underwater-Combat suck. Ernsthaft. Will's face, Combat? Krieg ein Panache. Dann steh ich da und dann kommt ein Leaf-Targeting. So. Ein Targeting-Streichmann. Jawohl, Junge, sehr gut. Und ich sage mal, natürlich sein Kopf. Genau in seinen Kopf, Mann. Das hat ein riesiges Loch. Und deswegen ist das 2P5-2. Hast du irgendwelche Effekte, die nur kommen, wenn der Gegner flatfooted, also off guard für dich ist, weil das hat er jetzt nicht eingetragen? Der Bruder. Hat es nicht eingetragen, ist es dann ein Crit, Junge, Mann. Der Bruder geht vor, ne? Wahrscheinlich auch. Oder was hättest du? 49 hätte ich drin gehabt, aber egal. Ja, 39 wieder nicht da. Wahrscheinlich nicht, egal. Ne. Schon die Fettsacke hat und 40. Exploited. Das ist ein Success, nehme ich an. Ja, immer noch. Das ist alle in 30 Fuß Range, bekommen plus 1 AC gegen dieses Viechta. Und... Was ist das? Circumstance Bonus? Ähm... Status Bonus, wie ein Spell. You gain. Nein, nein, ich hab das auch noch. All LL ist within 30 feet. Okay, nein, das ist also ein Status Punkt. Und dann... werfe ich meine Waffe auf ihn. Mit... diesem hier. Achso, nein, das geht jetzt in 15 Fuß, das ist zwei Deck. Ja dann, war's das. Warum? Warum? Lass doch mal gucken, was Carl Zeum so macht. Oh, du müsstest aber doch... vor... dem Gegner sein, oder? Warum? Du hast mich auf 1 HP gewalt. Achso. Ich kann zauberen. Achso, ich bin ein Schlanger. Ich kann nicht zaubern. Egal, ich bin eh relativ weit weg. Dann schlage ich vorne hinten mal mit meinem Schwanz drauf. Das ist aber ein langer Schwanz. 25 Fuß. Aber nicht langer Schwanz. Nein, Luke. Hm. Sabber Maul. Kommt näher. Perfekt. Ist hin. Und schießt dann... einen elektrischen Strahl. Einen elektrischen Strahl, der alles hat. Hm. Und dann trinke ich mal... Du bemerkst, es macht kaum Dönsch. Kaum. Interessant. Ja, das bringt Angst. Ich schwimm mal noch ein bisschen weiter weg. Wobei, das bringt auch nichts. Ich schlage mir noch mal zu. Mit meinem langen Schwanz. Kann ich dir überhaupt stehen. Kann ich dir überhaupt stehen. Kann ich dir überhaupt stehen. Ich stehe mich da hin. Das ist schon egal. Naja, drüber schwimmen, jo. Ach so, ja, stimmt. Das ist so groß, man. Wollt ich schon. Diese Gerätschaft oder diese Dinger an den Ecken. Kann ich damit irgendwas anfangen? Kann ich das irgendwie... ...recallen, knowledgeen oder irgendwie näher anstellen? Naja, weißt du noch, warum du hier bist? Ja, wirklich nur, ne? Soll ich gesagt, Attems zu suchen und was war das andere? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Soll ich das hier aktivieren. Eure Aufgabe ist es, die nekromantische Quelle hier unten zu deaktivieren. Stand doch zu. Reaktivierung steht da. Reaktivieren. So mach es nicht kaputt, Junge. 13, Schluss. Dann schwimmsteppich vorwärts. Lage zweimal. Minus zwei aber. Nöbts dann wohl nicht. Nope. Und mit der letzten heide ich wieder. Pipipupu, check. Pipipupu, check. Was steppt da? Steppt einmal hierhin. Steppt nochmal weg. Mixer. Und dann macht er so ein Aquatic Assault. Ja, wie schwimmt der, Junge, und? Ja, nur auf. Nein, ich hab mir gar nicht gelegt. Nein, ich hab mir gar nicht gelegt. Ich hab mir gar nicht gelegt. Ich hab mir alle verarscht. Pipipupu, check. Yes. Das ist Summoner-Hate. Das kannst du dir nicht erzielen. Selbst mit den zwei Abzugs ist trotzdem noch ein Crit. Minus. Fucking Summoner-Hate. Siehste, heute noch nicht Muira. Heute noch nicht. Aber ich bin gerade dabei. Ich hab gerade die riesige Ratte hier getötet. Sabamaul. Nein Sabamaul. Sabamaul. Der Baron stirbt jetzt eh, das heißt, wir können ja ihn fragen, willst du so nen Bub führst du ja auch. Stimmt eigentlich. Welcher ist der Verräter? Der Verräter ist mittlerweile auch schon tot. Aber was ist, wenn die Sphinx auch ins haben, ne? Nichts aus. Komm jetzt, Zelda. Der Verräter wurde, nach seinem Verrat wurde er, ähm, vom König wurde er quasi gerichtet. Und die neuen Charaktere haben quasi den Verräter dann umgebracht. So habe ich die neuen Charaktere introduced. So, Zelda, hm. Er guckt zu Bruder Knochen rüber. Bruder Knochen rüber. Bluh, 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 bluh. Wo könnt ihr mich heilen? Bluh, bluh, bluh. Konnen schon, boh, boh, boh. Kann man so ran hält, Junge, Mann. Ey, das war was. Das ist Zelda, Quinn, Ludo, Mann, jetzt. Ganz ehrlich. Er schwimmt, er schwimmt nach vorne. Schwimmt nochmal nach vorne und hier liegt irgendwo seine Javelin, die hebt er auf. Das war seine Runde. Pipipupu. Pipipupu schwimmt einfach mal dahin. Pipipupu. Und da liegt er, eine riesige Seelschlange, der Baron. Pipipupu kennt ihr seit 5000 Jahren. Wir den heilen? Wir den nicht heilen? Natürlich nicht. Pipipupu, check. Pipipupu, oder? Mach mit deinem Pipipupu zu check. Pipipupu zu check. Hast du nochmal Glück gehabt? Pipipupupu check sagt, ich gebe dir einen Heiltrank. Nein, du machst es nicht. Die ist echt, die swings, der wieder auf mich geht. Du machst nur sein Dying höher, Mann. Ja. Kann er dann wegschwimmen einfach mal. Ich weiß nicht, wo das Problem ist, Mann. Kann 90 Fuß schwimmen. Kann da einfach raufschwimmen, Mann. Was liegt denn da jetzt eigentlich? Liegt da jetzt, also bist du gerade noch in der Form von dieser riesigen Seelschleim, oder bist du jetzt wieder eine kleine Ratte? Also was bist du gerade? Ja, die Seelschleim. Okay. Also ich kenne den Baron seit 5000 Jahren. Würde der Baron wollen, dass ich hier eine Zeile, oder nicht? Natürlich. Ja, wie jetzt? Natürlich würdest du Baron wollen. Ja, nur noch eine Action. Mit der letzten Action kann ich nicht viel machen, Mann. Soll ich ihn antanzen? Nein, ich tanze nicht an. Ich mache wieder Wexing Dingsrums, Mann. Das heißt, wieder einen... Gegen seinen Reflex DC. Das ist ein Success, Junge. Gegen Reflex DC, das ist ein Success, ja. Dann tumble ich. Da ist halt was. Da kann ich mich nicht hinstellen, oder? Ich stelle mich da hin, Mann. Denk gerade, du schwimmst. Also du kannst auch über Sachen drüber schwimmen und so. Ist das auch flat? Alles unter Wasser hier. Ist egal, ja. Dann stelle ich mich da hin. Haben Panache. Und ja, mehr kann ich machen. Ohne Knochen. Halt mich. Halt mich. Chillen jetzt. Alles zu schwer zu sehen, da. Danke, Blublob. Ja da. So, tschüss, wo ist es? Weiß es. Jetzt sticht er ihm einfach den Rücken. Das mach ich später. Alter, okay. Ist das Battle-Medicine, oder was? Ja. So, wo ist er da hinten? Ich bin überrascht, dass er ihn wirklich geheilt hat. Die wollen den eigentlich nachher meucheln. Falls sie seine Rüstung brauchen. 20 ist zu schwingen können, ja. 15 kann ich schwingen. Ähm, und dann... Achso, dann das Werfen braucht drei. Das ist fach. Dann, dann, dann. Ich exploite dieser schon. Da ist er unten die Tode nah. Ich stelle mich hier hin, mit dem Meat Shield. Sarah. Ja. Ich wickel meinen Mantel um mich. Und ich werde immer kleiner und implodiere und tauche plötzlich... Ja. Und schlage auf das Vieh. Mhm. Minus zwei sollte trotzdem treffen. Mit der dritten Action halt... Auch du bemerkst, dass du kaum schaden musst. 90 Fuß Schwimmspitt. Kann einfach wegschwimmen, wenn man da rauf und dann... Nächste Runde wieder zurück, man. Ganz ehrlich. Ja komm, hau einfach ab. Hau ab. Geh. Lass alle zurück einfach. Erst einmal Karl Ziehung. Du hörst auch so... Durch das Wasser. Durch das ganze Wasser. Durch die 80 Fuß Wasser hörst du so ein leises Bellen. Wuff, wuff, wuff. Wieso? Weil Butter KX da oben steht und auf dich wartet. Nee, der ist meine Pocket Dimension. Ach so, okay. Ja, aber Wes beim ich vielleicht dann. Stehe ich auf. Wes fragt sich nur, wo er bleibt. Und weiß ihn. Wann werde ich mal über 10 würfen? So, minus zwei. Nein, das ist das basic damage. Nein. Ich will meine Seestandhalle. Ab hier sehen, ja. Dann schwimm ich zu meinem geliebten Karl Ziehung. Du hast dann noch auf dich, Karsten. Kannst du jetzt nicht lieber hochschwinnen, Junge? Matsch, als ob es das macht. Als ob es so wahnsinnig ist. Aber ja. Ich versteck mich mal lieber hier. Hehehe. Crazy. Also. So, was haben wir denn alles hier? Stefft er wieder dreimal. Stefft er wieder bei mir jetzt? Jetzt habt ihr ihn so ein bisschen umzingelt halt. Ja, aber Stupify-Z mehr ist nur Stupify 1, wenn überhaupt. Und dann nach der Runde nix mehr. Zera ist vielleicht hinten. Wo wir rumstehen, hinten. Tanzt hinter jemanden und tauntet jemanden bis zum Geh nicht mehr. Komm, greif mich doch an. Er steppt auf jeden Fall erstmal hier hoch. Nein, nein, nein. In ihn hinein oder was soll's. Er weiß ja nicht, dass du durch. Also er schwimmt da jetzt irgendwo rum. Er weiß, dass ich in diesem Square bin, aber er sieht meine Umrisse nicht perfekt. Und dann macht er halt ein Aquatic Assault. Beweg ihn jetzt nur mal weg, dass ich dich ins Target nehmen kann. Ich schlag dich auf den Weg. Schwimmt so über mir vorbei. Ich schlitz ein bisschen den Bauch auf. Wobei, er haut zuerst auf Bruder Knochen rum. Gute Entscheidung. 82 Damage für dich. Minus 2 ist raus, dass ich schon doppelt. Hast du dir deine plus 1 AC schon eingerechnet? Nein. Aber ist trotzdem gut. Nein, weil er Minus 2 kriegt, weil es ja ein Slashing Damage ist und er ist ja auch nicht einträgt. Also jetzt Minus 3. Das ist ja ein normaler Hit. Dann ist es ein normaler Hit. Dann ist es ein normaler Hit. Dann kannst du nur die Hälfte geben. Oh. 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 Bewegt sich hierhin mit der Action. Du hast ihn ja schon angeschlagen. Hm. Ja, du machst halt kaum Damage. Also irgendwie, weiß nicht. Ganz komisch. Wenn nur jemand etwas über Untod herwissen würde. So, und dann. Dann greift es Zeldac an. Ja, man. Ist einfach perfekt. Das macht bei uns die Arbeit. Ach nein, er ist gestorben. Das D Minus 4 gemacht. Da Minus 2. Dann trifft es nicht. Da läuft sich in die Ecke. Zeldac. Steppt hierhin. Schlägt mit seinem Dampfschwert. Weil hier unten dampft es nur. Auf das Monster ein. Verfehlt. Wann schlummt denn Sicherheit? Bipipopo. So, mit Panache habe ich 80 Fuß. Fuß mit Speed. Zuerst, ich habe genau 30. Dann gehe ich lieber da her. Eine Action. Dann finische ich ihn mit einem Target. Und da ja, das, 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 äh. Superfight kannst du wegmachen. Jawohl, ich treffe ihn. Und ich targete, diesmal targete ich ihn. Halt so, so, so ein Arm halt. Das heißt, der ist in Fibel 2. Okay. Dann ist mein Panache weg. Dann tanze ich ihn an. Du hast gesagt, man kann das doch auswählen. Und zwar in der Perform Action direkt. In der Liste unten gibts dann. Die Acting, Comedy, Dance. Da kannst du draufklicken. Ah ja, wirklich. Dancen. Da wollte ich zwar... Traurig. 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 Inkompetent. Oh, der Knochenruf. Oh, der Knochenruf. Gut, wird nicht irgendwann, weil es darf langsam runter schwimmen? Ich weiß es nicht. Hat sich bisher noch nicht gemeldet. Ich brenne halt. Ha? Ich brenne halt. Und? Glaubst du stirbst, wenn du mit Wasser in Berührung kommst? Ich weiß es nicht. Okay. Safety first, deswegen stinkt er ja auch so, weil er sich viel wäscht. Ja, aber bei Regen geht er ein, oder was? Das ist wie Glomander, Mann. In der Schwanz, auf der zu brennen. Das ist ein normaler Hit. Ich habe Angst. Wir umzingeln ihn. Ja, irgendwie. Also gerade so die, die ganzen... Slashing-Waffen scheinen irgendwie... Jawohl. Das ist so viel Schaden, so. Äh, was anderes haben wir eigentlich. Deswegen... Ich schon, der Baron. ...schwimmt die riesige Seestange. Achso. Du wurdest ja... Wie lange schwimmt hin und her, Mann. Oh. Komm, hat er mal einen Success-Trader durch hier. Ja, ich schwimme hin und bau natürlich meiner. WTX. Natural 20. Wie critet ihr? Verklärt mir das bitte. Mit Nat 20. Ist das nicht das Crit-Modul aktiviert? Persistent Fire-Damage wird vielleicht nicht funktionieren. Crit-Fail. Das ist eine 37. Das wird's auch nicht sein. Ne. Warum ist er flanked? Sollte auch nicht funktionieren. Naja, zwischen Bruder Knochenruhe und Pipipupu. Ja, nicht zwischen mir. Wie auch immer. Ähm, und halt natürlich wieder. Plötzlich kommt so eine riesige Seestange rausgeschwommen. Tja, hab ich mir noch nie gesehen. Please target, bevor ihr attack austrifft. Und dann schwimmt sie wieder weg. Merke ich, dass es gut Schaden macht, oder? Bitte? Merke ich, dass es gut Schaden macht, wenn ich das Ding beiße, oder? Hm. Hm. Hättest mehr erwartet. Ich mein Opportune Backstep natürlich. Also irgendwie, also die Knochen scheinen sehr, sehr hart zu sein. Habt ihr den Eindruck? Also egal, ob ihr da mit einem Schwert jetzt irgendwie probiert, irgendwie durchzuschneiden oder probiert reinzustechen. Es ist einfach... Man kommt nicht so richtig durch. Das geht schon... Werde 38 hast du schon berechnet? Und... Oder war das 0? Äh, ne noch nicht. Jetzt ist er aber richtig umzingelt. Jetzt muss er 6 mal steppen, um so einen Baron zu kriegen. Jetzt muss er sich eher durchkämpfen, glaube ich. Und... Greif mich an. 29 Damage, guter Knochenluch. Greif mich an, Schwächlinge. 39 Damage, guter Knochenluch. Seldeck mit zwei Actions schwimmt er hier in. Jetzt haben wir das Vieh genau, wo es hingehört. Dann schmeißt er das nicht einfach rein. Nein, dann geht es mit 15 Fuß, Junge. Ja, was ist das, Junge? Was sind denn jetzt wieder für Mars-Einheiten hier? Nix. Richtig. Unrealistisch. Nix. Dann schmeißt er es halt von da. Oh Mist! Verschwendet ihr Unwürdigen! Wieso versucht ihr da zu reden? So ein Skelett, warum soll das nicht? Ich weiß, dass Vieh lebt hier. Was soll's sonst machen? Ich hab nicht mal stehen bleiben. Das ist ein Wunder, dass ich überhaupt reden kann. Sagst du! Ist er gut in 42? Das wissen wir nicht. Bruder Knochenruhe müsste die vielleicht attraktiv finden sogar. Gar nicht. Ich mach's aus, mein Junge. Ich mach einen Li-Fal. Li-Fal. Schnau. Ach shit, hm? Das heißt, kein Precise-Damage-Unterwürf, ist ein Foddy-Dew-Din da. Das ist dann... Das ist... 66. Ja, das ist sowieso dabei gewesen. Junge, das ist... 66, ja. Also warte, ich hab noch... Damage-Time? Hm? Precision. In der letzten Action mach ich noch einen... Tumble, Junge. Nein, ich will ihn faszinieren, diesmal. Ich fasziniere ihn, Junge. Will du sie? Äh, ja. Das ist natürlich ein Fail. Ja. Ich. Ach so, na, das ist eigentlich egal. Probier's so. Ich mach einen Unarmed-Strike. Weil ich aber eins von meinen Dingen in der Hand hab, krieg ich nochmal... Äh, Schaden dazu. Ruhe, Herr Knochen, Ruhe. Wurr, wurr, wurr. Hast du eine Freundin? Ich. Nein, aber einen Bruder. Ich bin ein warmer Bruder. Und ich geb diesen einen. Wirklich. Gib. Ja, wenn er dann nicht mehr am Thron... ...feststeckt man, dann kannst du ihn wie auf ein Date gehen oder so. Möglich. Aber dazu später. So, weil ich ein Implement in meiner Hand halte, krieg ich da Schaden dazu. Aber was... Wenn ich jetzt mit meiner... ...einfach mit Unarmed angreife, krieg ich dann trotzdem... ...zwei Damage per Weapon Damage da dazu. Aber das ist ja kein Weapon Damage. Was? Das ist ja keine Waffe. Ja, ja. Vielleicht seh's grad. Ja, das ist egal. Dann machen wir es doch so. Wir... Intensive Fan. Dafür muss ich nichts machen. Krieg dann plus zwei wieder auf meinen Angriff dazu. Wir machen das einfach so dazu. Das ist das, was da steht. Machen wir so. Machen wir den hier. Und so... Okay. Ja, das ist schon. Schlitz, Schlitz! Ich... Zwischen ihre... Rippen, du... Na, der trifft wieder. Äh... Minus zwei. Ja, verfehlt. Und plus zwei wieder, oder? Der rechnet auf gerade, scheiße. Wegen sein Implement? Ja, nicht auf gerade wegen mein Implement. Was? Denn ich habe... Intensified... Und... Durch meinen Weapon Implement... Äh... Bekomme ich dann... Wo war's? Bei Intensified Vulnerability, you gain plus zwei Status Bonus to attack rolls against the target. Ah, okay. Also, beide sind so, wie sie dastehen dann. Und... Zweimal getroffen. Und... Sarah. Gut. Sarah. Ich... Verachte wieder meine Aura. Weil ich nicht weiß, ob er gegen Spirit oder irgendwas schwächer ist, mache ich Force Damage. Kaste mit Key Strike. Na, das ist nicht der Schaden, sondern... Ziehe den Effekt rein. Und mache damit einen Flurry of Blows. Und bei Zuerst habe ich noch Hide. Damit ich plus zwei bekomme, wenn es funktioniert. Wenn ich Hidden bin, kriege ich plus zwei auf den Attack, beziehungsweise Off Guard für mich. Dann schlage ich mit Flurry of Blows 2. Mit Key Strap. Sollte also diesmal funktionieren mit Minus und Plus 2. Und mit dem noch ein Net 20. Das ist sexy. Das ist auch Minus und Plus 2? Äh... Äh... Naja... Hidden nur beim ersten Attack. Da ist aber eh Off Guard reingerechnet worden. Und zweiten... Das ist sowieso... Net 20. Achso, ja. Oh boy. Das tut weh. Ähnlich. Oho... Oho... Ich bleib einfach hier. Ne, wieso? Also nicht... Fortitude is safe. Nur falls du Linser rollst. Schaade. Und dann kommt diesmal... Nicht meine Klaue. Nicht meine... Äh... Mein Gebiss. Sondern mein Schwanz kommt auf ihn. Mh... Ich treffe auch. Der Schwanz war klein. Ist ja wirklich schade. Aber merke ich diesmal, dass der Schwanz effektiv ist? Ja? Äh... Ja. Okay. Da siehst du direkt so wie die... Dieses Grippe-Furnier, was du getroffen hast mit deinem riesigen Schwanz. Das klingt hervorragend, wenn ich das so sage. Äh... Wie plötzlich so... So ein paar Knochen so... So ein bisschen anknacken quasi. Ja, natürlich mein Oppertune. Backstep. Aber das kriegt jetzt minus 2. Dann trifft es nicht. Doch, trifft doch. Und 38? Okay. Ja. Ja, da sie... Eigentlich für dich ist sie ja gar nicht Flat-Furnier. Nein. Nur vorhin, weil ich hinten war. Hat der erste Attack automatisch gerechnet. Dann klappt es nicht. AC ist halt 40. Äh... Nicht mehr. Jut. Hm... Verzweifelt. Verzweifelt. Ich könnte jetzt was richtig gemeines machen, aber ich tue es mal nicht. Mach halt Junge, Mann. Bitte mach. Das ist einfach... Es ist einfach... Es ist nur saulangweilig, würde ich sagen. Bitte mach. Bitte mach. Bitte mach. Ja... Sie könnte sich halten, ja. Aber es ist... Das ist komplett dumm. Danke. Das machen wir nicht. So. Ich glaube trotzdem, das ist egal. So. So. Das stimmt. Aber ich guck mal, ob ich noch einen Bruder-Knochenrohr vielleicht mitnehmen kann. Greift doch Pipipu an uns. Pipipu wird nie eingreifen. Er sieht viel zu... Grazil aus. Man sieht doch direkt, dass er mir locker dodgen kann. Das stimmt. Das stimmt auch. Und ich schwimme nach links. Und ich schwimme... Oder nur eins? Aber es ist Slashing. Dann trifft es aber auch nicht. Aber das trifft. Ab geht's. Aua. Aua. Kommt doch Zeldack, Mann. Und mach den letzten Hit. Ablauber. Das ist ja gut. Ich meine, er hat schon einen Kill gesteilt. Das ist frech. Zeldack kommt sogar in die Liste. Er steppt nach vorne. Er grabbt seinen Javelin. Und dann steppt er wieder zurück. Wow. Wow. Na gut, dann mach ich wieder ein Wexing-Ding. Wartig. Ja, nee. Reflex. Nee. Okay. Wie egal. Dann noch einmal. Pum pum. Das succeedet ihr. Habe ich einen Panache. Und dann werde ich ihn konfidently, Mann, verrichten. Und stich ihm. Von hinten. Wie panascht du ihn eigentlich? Was machst du genau? Ich mach einen konfident Panache. Ich bin so konfident, mein Junge. Ich schau nicht mal hin und stech zu, Mann. Kopf nach oben. Unglaublich. Ich schau ihn nicht mal an, Mann. Dann stech ihn einfach rein. Fast. Fast. Zerstört. Die letzten Knochen hängen noch fetzendmals aneinander. Okay. So bleib ich da stehen, egal. Das Glühen in den zwei leuchtenden Augen wird immer schwächer. Ich. Intensify. Intensify. So, das heißt, das schließt wieder das, was da steht. Nein, schöner Skelett, Mann. Er ist bewutet. Er kriegt sicher null Schaden. Er ist tot. Und Pruder Knachenroh. Mit den neun Schaden, die er gemacht hat. Mit dem letzten Angriff. Hat der es geschafft. Vasiri ist zerstört. Da, und ich durchsuche gleich die Leiche und zeige sofort, wie ich das Item sehe, Mann. Oder Knochenroh. Zeige dir, Mann. Was das einstecken sollst du. Vielleicht siehst du dann besser, Mann. Wenn du spürst die magische Aura immer. Dann schwimme ich. Von diesem Gerät. Schau mir das Gerät genau an. Zuerst einmal. Könnt ihr euch natürlich umgucken. Ihr habt ja diese Angaben von dem Steuereintreibertypi. Und zwar seht ihr genau da bei diesen Särgen da oben. Wow. Ähm. Für den GM. Ich mach die ganze Zeit jetzt immer Level 9 Detect Magic. So lange ich das auf hab. Also. Nachdem ich es dann investiert hab. Alter, was ist das? Oh. Okay. 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 Aha, aha. Muss mich trotzdem mal dran erinnern immer. Wer macht Intimidation Checks? Der Baron. Der Baron. Der Baron. Necklace of Fireballs. Ein Apex-Item, Leute, Mann. Plus 3 zu Akropatix. Ich winke nur so, Mann. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Denn in dem Lair findet ihr einen Stapel von Sachen. Ah, der Goldkoller. Das ist das zweite Ding, was wir brauchen haben. Ein Stab des Windes, Mann. Fuck. Da schau ich mich direkt hin. Nimm dir den. Ich nehm mir die Goldkette. Ich hab mich direkt amisch. Den hab ich mir nicht gewünscht. Aber wo ist es? Ich hab mir die, was der wollte. Storm of Wind. Direkt der Baron. Plötzlich mit einem riesigen Stab in der Hand. Wer eigentlich schon zu groß für ihn ist. Schauen wir uns doch mal dieses Gerät näher an. Mhm. Das ist ja nicht die Maske, Baron. Was machst du denn genau damit? Fasst du es an? Probierst du mal ein bisschen rum, was man machen kann? Ich bin ein guter Dieb. Der schaut sich das erstmal an. Fummelt nicht gleich umeinander. Langweilig. Naja. Das ist eine dir unbekannte Vorrichtung. Der Mechanismus. Wie funktioniert das? Irgendwas? Was? Sind wir hier länger als 10 Minuten? Wenn es nicht geben kann. Wenn wir länger als 10 Minuten sind, herrlich allemal. Nix Crafting oder sowas auf Kamera. Naja, ich sag mal so. Ihr könnt nur eine Stunde unter Wasser bleiben. Mit dem Trank. Wie lange war das jetzt? 10 Minuten? Also ich hab noch 3. Ich hab Zeit. Ich sag ja nur, wenn ihr jetzt anfängt mit, ja wir rasten hier. Keine Ahnung. Strasse. Da kann er uns ja mal heilen 10 Minuten. Unter Wasser 10 Minuten meditieren. Auf jeden. Wobei ich halt auch nicht weiß, wie du unter Wasser so. Ja okay. Ist egal. Also Mönche meditieren natürlich alle unter dem Wasserfall. Das sind sie voll gewohnt. Also kann ich eh atmen unter Wasser. Natürlich. Ja gut, vielleicht sollten wir wirklich zuerst drauf und weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber da kann man nichts herausfinden. Aber was mit den Kugeln hier. Keine Würflerei. Moment, wo hast du das gerade gemacht, Sarah? Direkt am Rand. Also hier. Geh nochmal hin. Pipi! Pipi Pupu! Du siehst mich nicht. Pipi Pupu? Pipi Pupu sieht dich, Junge, Mann. Pipi Pupu check, Game. Pipi Pupu check, Game. Mach Pipi Pupu check, bitte. Schau euch an. Wir brauchen keinen Pipi Pupu check, weil wir haben Zeldac dabei. Der automatisch diese Dinger counteractet. Der mag natürlich direkt, dass da irgendwas los ist auch. Ich nehme an, gegen meinen Spadey Sea, der ist eine 37. Das heißt, das funktioniert nicht. Das ist es. Counteractet ist es. Zeldac, Mann. Das macht er jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Pipi Pupumo. Zeldac, guckt euch nur an, dreht sich um, er spürt diese, er spürt diese positive Aura und zeigt euch direkt da hinten zu. Pipi Pupu? Ich bin nur verwirrt, schau mich um, erkenne wahrscheinlich nicht, woher das Ganze kam. Ich bin verärgert, dass meine Haut noch immer so verletzt ist. Ich schwimme wieder zurück. Aber kann ich ihn nicht eigentlich auch heilen? Ich tue ihn einfach nur zusammennähen, muss ja helfen, oder? Hast du? Zeldac hatte ich jetzt genau einen Blick. Hast du? Ich hab extra was, dass ich das bei Untoten machen kann. Also du musst bei normalen ja einfach so... Ja, automatisch. Du brauchst nix. Okay. Ich werde von deinem normalen gehealt. Wie viel war das? Ich hab noch nicht gehealt, wir haben uns nicht dagegen entschieden. Es wird zuerst hochschwimmen dann. Okay. Jetzt noch einmal. Können wir uns nix würfeln, herausfinden, irgendwas, dieses... Perception mal nicht. Naja, beschreibt mal, was ihr da machen wollt. Weil Sarah meint, er schwimmt nur drum rum und guckt mal. Ja. Ich versuche das Gerät zu verstehen. Ich bin ein Meisterdieb. Ja, also du siehst, dass das irgend so eine Vorrichtung ist, ein Gerät. Anscheinend ist da irgendwas Mechanisches auch im Gange. Aber da ist definitiv dann auch irgendwann in diesem System wegen irgendeiner Art von Zauberei von Okkultem, mit dem du dich natürlich nicht so auskennst. Okkult sagst du? Kenn ich sowas? Du weißt ganz genau, was es ist, denn deswegen seid ihr hier. Achso, ja. Das ist das Ding. Achso, wir sollen es reaktivieren, stimmt. Ähm. Ja. Willst du... Willst du es bedienen, mit deinem Okkultismus-Check? Ja, das wäre natürlich noch viel besser. Ok. Ich weiß natürlich, was das ist. Wäre Bruder Knochenruhe der Erste, der es anfasst? Ist das korrekt? Ja. Tu es. Tu es. Warte, vorher... Ich glaube, vorher sollten wir wirklich noch einen. Wohin an. 44. Willst du passen? Let's go. Ok, also. Musik ist viel zu friedlich. Vielleicht kriegst du jetzt ohne Energie, die dich heilt. Äh, ja. Also, Bruder Knochenruhe. Ähm. Du probierst dann mit deinem Okkultist... Okkultistischen Wissen, ja. Mit deinem Okkultismus, ähm, irgendwas zu machen. Und tatsächlich... Tatsächlich schaffst du es... ...anscheinend... ...das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Nooo... Fucking viermal. Kann ich mit Trained Athletics ihm die Schultern massieren, damit er sich entspannt und das besser machen kann? Ich glaube nicht, nein. Ihr könntet mit Arcana oder mit Crafting, könntet ihr auch noch Sachen machen. Ah, wobei. Ah, nee. Ist ja sogar... Es ist ja sogar noch schwieriger. Ist ja doof. Okay, also Bruder Knochenruhe, du weißt leider nur, wie man es bedient. Wow. Okay. Du weißt nur, wie man es bedient und du weißt auch, dass man es nur bedienen kann mit Arcana oder Okkultismus. Also Crafting geht nicht mehr. Das ist die erste Check, wir werden nur herausfinden, dass das geht. Ja. Ist unser Baron nicht Arcane? Nein. Ja, ich bin Experte, aber... Wahrscheinlich bin ich noch der Höchste. Mit Okkultismus hast du das auch gerade auch gemacht. Ja, dann machen wir auch mal eine Okkultismus. Aber du weißt, dass du vielleicht Wes holen kannst, unseren Arcane-Wabbel. Ach, der sei da ja einfach jetzt hier. Mach mit deinem Okkultismus. Bruder Knochenruhe, das ist ein Success. Wenn du es nochmal schaffst, aktivierst du eine. Eine. Ich schwimme mal hoch. Er greift sich so ins Köpfchen und kratzt sich so wie so ein Affe. Ich lese eure Lippen, wie ihr mit euch selber redet unter Wasser. Keiner versteht das, aber ich verstehe euch. Ich habe keine Lippen. Ich brauche deine Lippen nicht selten, sondern dein Gebiss. Ich zeige ganz traurig selteck mein kaputtes Schild. Ich deute so mit dem Kopf hin und her. Ich zeige ihm dann mein Reparatur-Kit. Und wage in den Blick auf ihn. Wie viel Crafting warten wir dafür? Feiner. Ich schwimme rauf. Er guckt sich das kurz so an, zeigt dir sein richtig geiles Schild, das total geil aussieht. Das er bestimmt schon seit tausend Millionen Jahren richtig gut gewartet hat. Und er hebt so den Daumen hoch und hält so seine Hand aus. Ich schwimme rauf zu West. Da steht's. Ah. Wieso habe ich Success? Ich schwimme rauf zu West. Ich besser das selber machen, weil das gar nicht zu schwer ist. Untrained Improvisation halt. Plus 5 per Proficiency-Rank. Okay, schade. Deswegen können das Crafter besser. Ich schwimme rauf zu West. Tauche auf. Immer noch Bro. Wie ein Delfin, man. Springe ich aus dem Wasser heraus noch mit dem Doppelsalter. Und lande neben West. Dann zeige ich es. Oder Knochenruhe. Ich weiche einen Schritt zurück. West. Was macht ihr? Wieso habt ihr uns nicht geholfen? Was braucht ihr denn so lange? Da unten war ein riesiges Skelette. Magischen Kräften etc. Und wir brauchen jemanden mit Arkanen oder okkultistischen Fähigkeiten. Um dieses Gerät jetzt unten zu aktivieren. Und wenn ihr uns schon nicht helft bei dem Kampf, dann helft uns doch wenigstens dabei. Könnt ihr nicht schwimmen? Das ist nicht schwimmen, das ist Tauchen. Das ist vollkommen anders. Kann ich schwimmen, nein. Das ist Tauchen. Jedes Baby kann tauchen. Dann haltet euch an meinem Schwanz fest und ich schwimme. Okay. Und ihr lasst euch mitziehen. Oder glaubt ihr, er löscht und sterbt. Aber dafür gibt es ja Lösungen. Hier. Und ich hole einfach so ein riesiges, wie sagt man bei euch, eine riesige Tüte raus, Mann. Und stülpst sie dir über. Und dann packe ich dein Bein mit meinem Schwanz, Mann, und zieh dich ins Wasser, Mann. Und dann schwimmen wir los. Ja, ich kann mich dagegen wohl nicht wehren. Nein, kannst du nicht. Du kannst es probieren. Nee, ich geh mal mit. Und dafür kriege ich jetzt einen Hero Pint. Ich denk schon. Ich geb auch Wes einen Hero Pint, weil er das so knallert durchgezogen hat. Aber das hättest du echt nicht machen müssen. Ich wusste halt nicht, warum du nicht mitgehst. Ich dachte, das wäre irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht stirbt er ja wirklich unter Wasser. Vielleicht habe ich ihn jetzt umgebracht. Ja, lass mich mal würfeln. Oh, ja. Tod. Der fliegt wieder in sein Philakterium. Ihr findet auch zufällig Wes Philakterium, genau hier. Wirklich. Ich steche drauf ein. Also, ich schaue mir das Ganze hier an. Auch du findest natürlich heraus, ja. Oh, da lässt du dich vorher schon teachen. Ich hab' mir doch vorhin schon gesagt, dass das Okkultismus oder auch Kameras ist. Ja, okay. Muss aber noch mehr wissen, oder? Ja, dann, ähm. Das war der zweite Successful Check. Es aktiviert sich. Auf geht's. Eines dieser Dinger. Combo Action, man. Einfach spammen jetzt, komm. Uff, Bruderknochen. So, Moment. Eins nach dem anderen. So. Ja. 49 ist ein Success. 34 ist ein Fail. Ja, schlecht dann. So, 34. Als Bruder Knochenruh nochmal sein Glück versucht. Ähm, ja. Irgendwas geht schief. Und, ähm, es gibt ne fette Explosion. Ui, ich war zu überherfrig. Das hat mich abgelenkt. Und ihr kriegt alle 31 Force Damage. Das ist ne Range. Das ist ne Range. Range ist 20 Feet. Gut, dass ich da hinten stehe. Schaut's erst böse auf Bruder Knochenruh. Ich hab auch weg, ne? Das ist ja richtig gefährlich, was ihr da macht. Ich nehme einen Halter. man sollte lieber auch weg gehen einfach oder ich schie mal die mann vielleicht sogar um deswegen habt ihr es jetzt hergebracht es ist noch frisch so ein werkzeug die das gefallen ist naja einer muss ja den intellektuellen spiel also ich schaue mir das spiel mach sie nicht kaputt ich schaue mir das ganze noch mal an legendäre ist schon unterschied hier aktivierst du das zweite zwei weltsprings ich habe keinen intelligenz das wir brauchen vier oder so kann dazu gegeben dass du dumm bist du musst noch viermal ein success rollen dumm ist relativ ja aber auch das ist noch mal ein success unglaublich was machst du eigentlich weiter weiter fügt das so energie ein mann oder benutzt er irgendwelche hebel oder wie schön das da ist spüre die energien in dem raum und leite sie einfach da drei von vieren sind aktiv machst du so bewegungen zu schwingende bewegungen ja ganz genau peinlich nekromantische magiebänden auch das ist ein success gott des okkultismus da ist es wissen wir warum wes überlebt so was frage an dich jetzt wo du so allein in dem raum bist möchtest du mal in so einen weltspring hinein fassen dann darfst du dich um treibungsmal nicht heilen 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 ja heilen fühlst dich bestärkt ist so als hättest du neue nekromantische energie geschaffen ich sauge diese macht in mich auf und heile mich nicht bestärkt verrät niemand du hast das gefühl dass das feuer das dich umhüllt dass es so stark ist dass nicht mal wasser ist löschen kann ich müsste mir sagen dass meine tüte jetzt verbrannt ist ja jetzt schuldest du mein gold ja gucki noel ich lebe noch so eine collector edition man ja ich will euch natürlich rüber und signalisiere euch dass es jetzt für sicher ist kannst du nicht mit uns telepathisch kommunizieren ne die fähigkeit habe ich verloren was das kann er gar nicht mit uns kommunizieren ja ich habe jetzt einen mund den kann reden aber ich rede halt nicht so gerne ja und ich zeig dir nur hier auf die truhe man und da stecke ich was rein ich mache auch nur daumen hoch man steckt das da rein zeig auf die truhe auf die du verstehst hier ist was für dich ein kleines geschenk und dann schwimme ich hoch was versteht denn was ne schmutz weg in der truhe nur für dich wer sein geschenk ja nehmt es an mich unglaublich wie nett pipipupu doch ist ja serra kann seinen augen nicht glauben was ist da gerade passiert muss ich kalt zu ihm eigentlich auch ein oder pipipupu schwimmt in einem wirbel nach oben dass ein so ein wirbel entstehen und alle nach oben geschwimmt werden wieder mache ich einen dreifach salter aus dem wasser raus wie ein delphi mit einer drehung und lande oh Gott wie wir oben landen sage ich ich hätte auch einfach ein paar tunnel graben können und das wasser austreten so war es viel lustiger das war wirklich mal wirklich eine herausfahrt und das erinnert mich an früher die arenen wo die noch überflutet wurden hat dann irgendwann eben auch aufgehört damit das wollte ich auch nicht Perun wo ist euer eines äh Getier wir haben es mitgenommen wo ist es was wer hat es mitgenommen der Wichtler diesen diesen Karl also Wichtler hat es mitgenommen okay Wichter legt so einen toten Karl dahin der ist ja nicht tot der ist nur wurstlos mhm gut gemacht natürlich natürlich ist halt zwar nutzlos im Kampf aber dafür seid ihr im Kultismus nicht schlecht und auch Butterkeks kommt wieder aus der Taschendimension heraus nein man wuff 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 nein 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 noch nicht so Seldeck da sei doch wieder Butterkeks ich hab doch gesagt das ist wie Pikachu man Junge er will nicht in die Pocket Dimension ich hab schon genug Pikachu ist hier man ich kann nicht noch eins brauchen okay Seldeck jetzt reden wir Klartext gut gemacht Leute wie in alten Zeiten Seldeck aber aber die Zeiten die alten Zeiten und die Zeiten die kommen werden sind für euch glaube ich vorbei was soll das bedeuten Gebe will eure Rüstung haben und mir reicht es meine Rüstung ja er hat speziell euren Namen gesagt wieso auch immer was wofür er will nicht mehr am Thron sitzen er will durch Gebe reisen und dafür müssen wir ein paar Sachen bringen und eure Rüstung ist eines davon also gebt uns jetzt die Rüstung kommt mit zu Gebe wie auch immer und fertig ihr wisst ich kann euch die Rüstung nicht einfach so geben das ist unmöglich kommt mit zu Gebe und er nimmt sie sich aber selbst Gebe würde doch nicht merken wenn ihr eine andere Rüstung bringt Hauptsache es ist eine Graved Knight Rüstung wollt ihr euch nicht opfern so wie es der Baron gesagt hat Gebe hat ausdrücklich Nerd eurer Rüstung ist das nicht eine Ehre ja es ist doch eine Ehre das ist nicht die größte Ehre wenn Gebe eure Rüstung anziehen würde stellt euch das doch vor und dann bist du doch einer von uns er macht dich doch sicher dann untot was willst du sagen ich sagte nein niemals dann müssen wir das anders regeln ich kann euch ich kann euch einen anderen Grabretter bringen selbst Gebe würde niemals den Unterschied nacken ihr wollt Gebe belügen das ist der alleine Grund dass wir euch hier umbringen töte dich wie viel haben wir durchgemacht Leute seit tausenden von Jahren da können wir nichts dafür Gebe will es so wie oft hab ich euch geholfen wie oft hab Gebe euch geholfen einmal nur ok und immer ich tanze ihn auf einmal an Junge ich tanze ihn an während er so vollkommen ausrastet man er versteht die Welt nicht mehr er weiß nicht Gebe oh wieso was gibt euch Gebe überhaupt dafür schau zu wie ich tanze das hat er für ein Will okay sein Will DC das ist ein Success ja dann ist er fasziniert Junge dann ist er fasziniert von meinen Bewegungen ich lenke ihn voll ab das ist schön belly dance man pipipupu so eine großartige Persönlichkeit wie ihr warum warum wollt ihr einen Freund ihr seid besser als sowas Gebe hat gesprochen ich mein wenn Gebe auch sagen würde er würde meinen meinen belly haben wollen ja das würde ich auch nicht toll finden ich würde mich auch wehren das ist ganz verständlich aber so ist es halt also zieh jetzt dein Schwert oder stirbe einfach nun hört mir doch mal zu das ist doch alles das ist doch alles verrückt vielleicht will Gebe euch nur testen ich mach euch einen Vorschlag so wie damals in der Arena eins gegen eins wenn ihr gewinnt dann holen wir ein anderes sogar wenn ihr verliert dann ist es so wenn es nicht anders geht hippipupu dann will ich wenigstens in einem ehrenwerten Duell gegen euch sterben lasst uns in der Arena kämpfen nein gleich hier wir kämpfen direkt hier wenn ihr sterbt dann hier wo nur Dreck Kot und Pisse ist und Gart ja das wird bestimmt ein spannender Fight nein man komm wirfeln jetzt beide einmal oder so und das war's ein richtiges Duell ja wirfeln einmal okay wirfeln das höchste was er will dann aus dann wirfeln ich Akkombatik man ich hab ein Fight aufgebaut also egal pipipupu 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 man hier wächst nach vorne tumbelt nach vorne man macht drei Salty man ne Grätsche man landet vor ihm man Reflex hat er verkackt ich schätze man hat er verkackt und dann kommt es dann kommt was kommt Liefel nein ich bring ihn zum Bluten ich bring ihn zum Bluten Stehra wie damals in der Arena pipipupu charged einfach mit drei Salty nach vorne und durch die Salty man ist einfach so viel Schwung hinter seinem Rapier man dass der Typ nicht erstochen wird sondern was ist das für Füß was soll dass er nicht nur erstochen wird er wird zerstochen und gleichzeitig zerquetschen was erlebt noch was ja und dann steppe ich natürlich mit dem Finisher zurück gratis und dann das an der pipipupu sagt das Arena hat mich früher wirklich wie die Arena überflutet war köstlich und ich springe rein und dann schwimme ich einfach 20 Fuß runter Was ist das noch nicht ehrenvoll? Und dann taunt ich ihn von unten, man, Junge, man. Ich tanze so im Wasser. Wie eine sexy Meerjungfrau, Junge, man. Tanze ich, man. Zeige ihm die Mittelfinger. Und mein Schwanzzeug bin auch so ein Schwanzfinger. Das ist wie ehrenvoll. Hallo? Das ist ehrenhaft. Also in der Arena... Hallo? Entschuldigung? So ist er zur Legende geworden. Bisschen Showgörter dazu beim Karrieren. Na eben, man. Also die Leute, ich finde das nicht geil, man. Tobt ihr? Klatscht ihr nicht? Was macht Seldeck? So intense. Tja, was macht Seldeck? Er braucht schon mal mindestens zwei Actions, dass er zu mir kommt. Köstlich, Junge. Moment mal, erstmal, wenn du ihn attackierst, macht er erstmal seinen eigenen Command. Kann er nicht, weil ich als Erster dran bin. Ja. Aber das ist ja ein ehrenvolles Duell, man. Ich stehe da schon so richtig. Das ist kein ehrenvolles Duell, man. Er ist jetzt schon abgefuckt, man. Das ist nicht das ehrenvolle Duell, was ich auch oft mache. Dann soll er halt wegrennen, man. Ist mir doch egal. Ich glaube, der kommt davon oder aus. Natürlich. Mit seinen 15 Speed schafft er das auch vielfach. 15 Speed, ja. Soll er rennen, komm. Wie Angst er hat, man. Wirklich, dass er stirbt. Das ist sehr peinlich, man. Dann rennen halt. Das passt zu ihm. Dann stirbt er wenigstens so, wie er gelebt hat. Ich habe noch zu Sarah geflüstert, so erwarte ich mich rein, ihn zu töten, wenn er den kann. Und Pipipupu. Puh, Mann. Wieder wie ein Delfin, Mann. Ja, wenn er weglauft, würden wir alle dann hinterherlaufen, oder? Aber weißt du, Junge, Mann. Junge, ich chumpe da raus. Wer Pipipupu im Wasser ist, lauft ihr hinterher und beendet das Duell. Puff, 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 Puff. Ich glaube, du kommst davon, Junge. Ich komme rausgejumpft wie ein Delfin und sprinte nicht los, sondern am Bauch, Mann. Mache ich diese Bauchbewegung, Mann, wie eine Schlange. Schlänge. Ich bin nach vorne. Glitzschnell, Mann. 55 Fuß, Mann. Puff. Jetzt steht er da. Und schaut mir in die Augen, Mann. Hat richtig Schiss. Nein, Mann. Er schaut dir in die Augen. Tief in die Augen. Dann werde ich ihn faszinieren, Mann. So ein Wildesie. Ja, er ist halt ein Crit, ja. Er ist fasziniert, Mann. Ey, ist das ein Crit, ne? Guck mal, warte mal. Wo ist es? Ja. Ach, nee, ist egal. Ist einfach nur festzettet. Ja, passt. Dann ist er halt festzettet. Jetzt muss er seine Faszination auf mich fokussieren. Und wird wohl nicht wegrennen. Bring's schon zu Ende, du fette Sau. Will dir nur mal eine klatschen, aber es klappt einfach nicht mehr. Du fasziniert, 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 du fasziniert. Aber wieso blutet er nicht? Wieso funktioniert das nicht? Komm, lösche ihn einfach, mein Junge, ganz ehrlich. Weil er unter ist. Ja, aber das kann es nicht sein, Junge. Das kann es nicht sein, Junge, dann mache ich das nicht. Du bist einfach, du bist nicht stark genug, um es zu beenden? Was ist das? Das ist halt wirklich so, Junge. Das ist halt wirklich so, Junge. Dann renne ich ihm voraus, mein Junge. Dann renne ich ihm 100 Fuß voraus. Lösch ihn einfach, Junge, Mann. Er kann nicht gewinnen und es ist unmöglich. Natürlich kann er gewinnen. Er kommt gar nicht hinterher, Mann, wenn ich 100 Fuß voraus bin. Er rennt zurück. Dann tut ihr es halt. Nein, was soll das? Das ist lächerlich, Junge, Mann. Wer töte den? Sarah taucht so hinter ihn einfach auf. Nein, Mann, er kommt nicht. Ich sehe es, Mann, ich renne hinterher und schreie nur, nein. Nein. Nein, schieft ihn ab, oder nicht? Ja, natürlich. Dann stich ihn auf der Abreddeck. Na, also. Das schaffst du nicht, Mann. Ich renne hinterher, Mann, blitzschnell. Nein, Mann, warte, es ist aber mal schießt. Ein Blitz, ne? Er ist schon tot, seine Leiche treibt im Wasser. Ja, Mann. So hast du sowieso und nicht... Was ist das für ein Sturgy? Alter, diese Schilder. Jetzt habe ich mir dieses Schilder angeschaut, mit dem er angegeben hat. Das liefst du nicht. Ich zieh einfach... Ist jetzt nur noch die Rüstung da, oder nicht? Ja, wir sind ja gleich noch da, aber nicht. Komm, wir nehmen die Rüstung und bringen sie sofort zu Geb. Auf geht's. Wir rasten nicht einmal. Wieso auch? Geb liebt uns. Wir müssen immer einfach mit dem Aufzug rauffahren, oder? Geb müsste ja eigentlich überhaupt sein. Wir können einfach durchgehen, das ist egal, ne? Und wir gehen zu Geb. Richtig mit dem Aufzug rauffahren. Vollkommen richtig. Voll schlimm, das ist richtig. Okay, alles klar. Dann... Oder wollen wir die andere Scheiße noch machen, eigentlich? Die Quests stimmt eigentlich. Ist schon peinlich, wenn wir nach jedem Quest zu ihm gehen. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Ich stehe sogar dabei, er bittet ausdrücklich um seltene Rüstung, mein Junge. Was ist das mit ihm? Oh, oh. Was ist das hier? Tja. Ihr geht die Treppen wieder nach oben. Ihr seid jetzt wieder in den Baracken der Bilator Mortus. Oh, oh. Die haben gespürt, dass wir ihn umgebracht haben. Und... Halt! Wo ist denn Seldeck? Aus dem Weg. Wir sind mächtige Blutfürsten. Wir haben persönliche Aufträge von Geb zu erledigen. Aus dem Weg. Wo ist Seldeck? Seldeck verspätet sich. Er sollte in einer halben Stunde circa erscheinen. Nur aus dem Weg. Mach mal einen Deception-Check. Jetzt wird er nie jawohl. Oh, okay, okay. Jetzt wird er nie jawohl. Legendär. Na gut, was treibt der denn da unten noch? Fragt ihn das selbst später. Aber wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Also weg. Oh, gut. Gut, damit habt ihr diesen Kampf komplett umgegangen. So ist es halt. So ist es halt. Wo wartet ihr hin? Zu Geb oder zu... Zu... Direkt weiter. Ähm... Ja, klar. Na ja, mal heilen. Nacht schlafen. Vier Stunden ausruhen. Vier Stunden ausruhen. Schlafen. Vier Stunden fressen. Seldeck ist wieder da. Stirb, Seldeck. Das ist nur seine Rüstung. Das war ein peinliches Duell, Seldeckmann. Zeige ich Bruder Knochenro um ein kaputtes Schild. Kannst du mir helfen, es zu reparieren? Ich habe die Regeln im Discord gepostet. 35 ist der DC fürs Fortress Shield. Obwohl hier stimmt. Wir wissen es ja eigentlich, dass der dann nach ein paar Tagen wiederkommt. Vielleicht sollten wir es vielleicht doch ausgehen. Gehe ich zum Gehirn. Brauchst du Crafting oder was brauchst du wegen dem Schild? Crafting, ja. Heilst du uns Knochenruhe? Natürlich, ich heile uns alle voll, natürlich, bevor wir uns schlafen legen. Gut. Dann sage ich, bevor ihr euch schlafen legt, gehe ich dabei zu Geb und bring ihm die Rüstung. Wer weiß, Sonde wieder aufsteht, dieser Wichser. Ich nehme dir dein Schild ab und gucke mir das an. Also ich springe die Rüstung zu Seldeck während ich schlafe. Dann gebe ich dir mein Repair Toolkit, wenn du kein eigenes hast. Ne, ich habe nicht. Soll ich das Item löschen? Leg dein Schild auf den Tisch und dann... Welches Item? Die Rüstung? Die Rüstung von Seldeck, wenn ich jetzt Gehirn entnehmen. Ja klar, wenn du die an Gehirn weitergibst, dann ja. Du musst, ich bring die dem. Es dauert immer 10 Minuten, ein Versuch. Ich nehme an, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Die einzige Angst ist, wenn der Crit Fails kommt Schaden auf mein Schild. Ja, also kannst du ja. Nochmal, bitte. Ja, nicht einmal, da ist ein Crit Fail, weil 35 ist DC. Das heißt, du kannst eigentlich nur mit einem Einser. Okay. Und du bist Expert, das heißt 15. Pipipup, geht vier Stunden lang sich ausruhen und dann, weiß ich nicht, eine Stunde lang muss er sich vollstopfen, damit er wieder satt ist fast. Satt geht ja nicht, oder? So, gib dir dein repariertes Schild wieder zurück. Naja, ich krieg nur 15 Hitpoints dazu, also ich brauch mehr. Du brauchst noch mehr? Ja. Oh je. Ich will in der Zwischenzeit den Steuern-Treffer suchen, weil dem hab ich ne Warpail-Rohne und ein Gold-Caller abzugeben, wenn er den richtigen Preis dafür zahlt. Nö, meint ihr ja, die Sachen dürft ihr behalten. Ach so, na dann. Oh ja. Ach, schick doch einfach nen Sklaven hin. Sag einfach Stopp, wenn dein Schild genug repariert ist. Ach, muss er doch nicht ausruhen, das ist doch vollkommen oder Bullshit eigentlich. Ja, aber er kann ja das jeden die ganze Zeit jetzt machen. Bullshit, und das ist jetzt zu Hause? Wir brauchen halt ne Stunde oder eineinhalb. Ja, aber es vergehen ja eh vier Stunden. Ja, jetzt. Ihr macht doch eh jeder. Voller Rast. Ja, Rast, ich kann das auch ganz kaputt machen. Machen wir lange Rast. Ja, vier Stunden lang und dann nochmal zwei Stunden, so. Da kann sich jeder heilen. Scheiß Item. Alle voll essen. Fünf Stunden. Wo seht ihr eigentlich die Quest mit der Rüstung vom... äh, dingens? Links in der Menüleiste hast du, äh... Also bei mir ist es das dritte von unten, das ist wie so ne Fahne, ne gelbe. Es ist nicht Gebstritual, es ist Gebstfreiheit. Ah, Journal Notes, ja. Ne, dort Questlock. Bei den Questlock, ne? Gebstfreiheit, ist... was ist drin? Ist was anderes als Gebstritual. Gebstfreiheit oder Gebstritual? Ist der Linie Priessmann... Ah ja, da ist die Rappi, okay. Man glaubt halt, es ist dasselbe, man aber es ist ja was anderes. Ja, ja, ja. Über zwei Sachen an einem Ort sind. Oder so ungefähr. Perfekt, noch zwei Sachen, oder? Oh, Geb. Mausoleum oder Haber? Buch aus der Bibliothek Ebon Mausoleum. Also... Reichtum von Osum. Das ist das Ritual, das ist auch das Mausoleum. Jeder Ort hat immer zwei Sachen. Jeder Ort hat eine Sache, die ihr machen müsst. Und eine Optionale für Gipsfreiheit. Boah. Wenn man weiß, was klingt verlockender. Wo ist das Ebon? Ebon Mausoleum. Mal gucken. Hier, ja, okay. Der Haber ist da unten, die Abgeläserrisiken. Naja, jetzt gleich noch mal zum Hafen gehen. Wir müssen zum Leuchtturm. Bisschen frische Luft. Stinkt. Was sagt der Baron? Wieder mal zum Wasser. Wieso nicht? Dann gehen wir zum Haber. Vielleicht können wir noch was herausfinden. Okay. Vielleicht muss man da auch nicht streiten. Dann geht ihr... Leuchtturm. Ihr geht zum Osumhaber. Und... War Vess schon dabei? Als die ganze Sache damals war mit... Kortashkane? Geister. Ne, das war mit Schmomses. Das war noch Schmomses. Okay. Gut, dann erinnert ihr euch nicht daran. Aber... Ihr habt natürlich davon gehört, dass hier mal so ein komischer... Fall war. Genau hier am Hafen, wo... Naja... Irgendwelche Leute anscheinend... Gift zu sich genommen haben. Das wohl auf den Schiffen geliefert wurde. Und die haben sich in ganz komische... Merkwürdige, aufgeblähte Viecher verwandelt. Das war ein riesiger Skandal. Es kam natürlich raus, dass dann letztendlich dann doch... Kim Nebi dahinter steckt. Und... Als ihr gerade so... Auf dem Weg zum Leuchtturm seid... Trefft ihr auch eine... Auf eine gewisse... Vernetta... Xenover... Vernetta Xenover... Ähm... Und... Ja... Das ist die gleiche... Die ihr damals auch... Bei diesem Fall... Also mit den alten Charakteren getroffen hattet. Äh... Die euch so ein bisschen... Ich sag mal... Chemisch... Unter die Arme gegriffen hat. Wahrscheinlich erinnert ihr euch gar nicht mehr dran. Aber... Genau, die trefft ihr da. Und ähm... Sie ist quasi so die... Die Vorsitzende des Hafens da. Ja... Das heißt... Wenn ihr da irgendwas machen wollt... Ihr solltet wahrscheinlich dann schon... Ankündigen... Was ihr machen wollt... Was ihr vorhabt... Das können wir am besten. Mhm... Worauf geht's Baron? Oh... Hoher Besuch... Was habt ihr denn am Hafen verloren? Wisst ihr wo der Leuchtturm hier steht? Ja natürlich... Gleich dahinten. Ihr habt sicherlich auch schon vom... Teufelsflammenkäfig gehört. Ähm... Ja? Warum? Was für eine Funktion hat der denn? Naja... Der... Ähm... Stellt das Licht des Leuchtturms... Quasi bereit. Das heißt... Der ist natürlich überlebenswichtig für die komplette Schifffahrt von... 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 Ach... Kann man da nicht ein anderes... Licht... Mittel... Da hinstellen? Das kann man ersetzen, oder? Ähm... Ähm... Äh... 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 Ja... Das... 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 Das sollte funktionieren. Ja... Gut... Dann... Ihr kennt uns ja sicher, wir sind die hochrangigsten Blutfürsten dieser Nation. Richtig? Äh... 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 Ja... Mittlerweile... Mittlerweile... Mittlerweile doch... Das kommt... Ja, doch... Kommt hin, ja... Das heißt... Hey... Naja... Also... Natürlich war Chemnibi noch über euch... Vorher... Aber jetzt ist der ja quasi... Chemnibi ist ein Verräter, das solltet ihr doch wissen. Ja... Deswegen... Ihr dürft den Namen nicht mal erwähnen. Oh... Äh... Okay... Auf jeden Fall... Wir... Werden nun in den... Zum Leuchtturm gehen. Ihr bringt euch... Uns persönlich dort hoch. Ihr werdet uns beschützen. Ihr seid unsere Leibgarde. Äh... Bisher hat unsere Leibgarde da immer gute... Äh... Bisher sind die immer gut davon gekommen. Wir können es ja lecker machen. Wieso braucht ihr denn eine Leibgarde für einen verdammten Leuchtturm? Das ist halt so. Irgendjemand muss sich ja vor ne Kugel werfen, wenn... Wenn wir beschossen werden. Und das seid in dem Fall ihr. Was beschossen... Was... Was habt ihr denn für einen Eindruck von unserem Leuchtturm? Bitte euch. Naja, ich hab keinen guten Eindruck vom Hafenviertel hier. Das stimmt. Ich seh nur Halunken. Ist das nicht hier so... Ist das nicht so... Ist das nicht so zerbrochen hier der Steg und so? Äh... Ich mein... Also ich weiß ja nicht. Ich glaub das kriegt ihr... Zeigt uns den Weg. Das kriegt ihr doch schon. Das kriegt ihr schon. Ja einfach da hinten. Dieses hohe Gebäude. Ihr wisst doch wie ein Leuchtturm aussieht. Ja okay. Dann andere Frage. Habt ihr mal was von den Grundbausteinen gehört vom Leuchtturm? Äh... Die Grundbausteine? Also... Ihr meint so die... Die... Die vier. Die untersten Bausteine oder wie? Die vier, ja. Gibt's doch nicht so vier. Achso. Äh... Ja okay und? Was ist da mit? Sind die... Die werden wir auch mitnehmen. Ja. Ja das ist mir egal. Okay. Achso. Ich... Ich... Keine Ahnung was das genau sein soll. Aber... Dann solltet ihr mal den Steg hier reparieren und ciao. Leute, mir ist wirklich nur wichtig, dass dieser Leuchtturm erhalten bleibt. Also... Macht da nix irgendwie kaputt oder so. Und wenn ihr das Licht austauschen wollt, dann macht das halt. Aber... Hauptsache das Ding funktioniert noch. Sonst ist ja hier komplett Super-GAU. Ja gut, dann machen wir das halt. Und geht uns aus den Augen. Ja okay. Ja kommt Leute. Ja lass uns losgehen. Krieg ich schon wieder Hunger? Gib Warte nicht gerne. Achso und... Richtet Grüße aus dem guten Zorbin. Wem? Na ja der Leuchtturm Bärter. Achso. Egal. Meint ihr, der wird was dagegen haben, wenn wir die Steine und... Den Käfig mitnehmen? Nein, ich mein das ist einfach nur seine Arbeit. Der wird da wahrscheinlich genauso denken wie ich. Dem ist es wahrscheinlich noch eher egal als mir. Na dann. Wo steht dieser Leuchtturm? Was soll's? Das ist er bestimmt. Ich glaub der ist nicht eingezeichnet auf der Karte aber... Wer ist da? Dann gehen wir einfach hin. Wir stehen einfach so 10 Meter neben uns. Man muss der Leuchtturm. Mhm. Mhm. Klopf, klopf. Okay. Dann geht ihr zum Leuchtturm. Okay, klopf. Okay, klopf. Okay, klopf. Aber warte mal. Ich glaub ihr könnt da noch vorher was rausfinden, was ich übersehen hab. Ai, ai, ai. Aber was erwartet eigentlich das Buch von uns? Dass wir wissen, dass wir die Nation abfacken, wenn wir ihn befreien. Und dann müssen wir jetzt entscheiden, ob uns die Nation egal ist oder nicht. Ja. Ich mein, das ist seinem Bösen doch egal. Und wenn Gebt das sagt, dann kann ich euch eigentlich nicht sehen. Wenn Böse ist ja nicht gleich, dass alles egal ist. Tja, aber wenn... So funktioniert das ja nicht. Großmeister, was von uns verlangt. Ich mein, wenn du Nein sagst, dann bringt er dich um. Naja, aber es ist... Nicht viel Wahl da eigentlich, oder? Wir könnten Gebt töten. Das stimmt. Aber Gebt ist auch ein weiser Herrscher, der würde niemals seine eigene Nation... Und du bist dankweilig, der verpisst dich jetzt nicht. Na, guck mal perfekt. Naja, okay, das ist perfekt. Das eine habt ihr übersprungen wieder. Da springen wir jetzt auf. Klopf, klopf. Ihr kommt bei dem Leuchtturm an. So. Der liegt im südöstlichen Teil des Hafens. Ziemlich abgeschieden von der ganzen täglichen Hektik. Was an so einem Hafen halt so abgeht. Und ähm... Ja, ihr kommt da an. Und erwartet, dass da irgendwie... Man vielleicht irgendwas arbeiten hört, oder so. Stattdessen steht ihr aber vor dem Leuchtturm. Und... Es ist irgendwie totenstell. Also ihr hört irgendwie überhaupt nichts. Da scheint sich niemand wirklich zu bewegen. Da scheint nichts zu passieren. Ihr hört nur so ein bisschen das Rauschen der Brandung. Und ähm... Ich hab 60 Fuß Tremorsense. Was mir getan. Tremorsense. Das ist interessant, okay. Mhm. Ja, was ihr aber auch direkt seht, ist... Der Leuchtturm ist aber trotzdem anscheinend bewohnt. Und gut gewartet. Es ist nur direkt merkwürdig, dass... Ja, dass es so still ist. Pipipupu. Du spürst... Tatsächlich mit deinem Tremorsense... Spürst du... Ja, so ein ganz, ganz leises... Ganz leise Bewegung spürst du. Ähm... Tatsächlich unter euch. Was hier? Nicht direkt unter euch, sondern... Nicht direkt unter euch, sondern irgendwo so... In den unteren Gemäuern des Leuchtturms anscheinend. Das sage ich. Und dann sage ich, folgt mir. Und dann ab hier... Dass die Pausen wegmachen oder nicht, ist scheißegal. Grabe ich einen fetten Tunnel. Was? Jetzt kann er seinen Tunnel bauen. Jetzt kann ich meinen Tunnel bauen. Und ich hinterlasse sogar für meine Kollegen... Halt diesen Tunnel auch, damit sie auch durch können, man. Und dann würde ich mich dort genau rausgraben, wodurch ich das spüre, man. Surprise, motherfucker. Aber du kannst dich doch nicht gegen... Also du kannst doch nicht durch Stein, oder? Warte mal. Ja, ist Pipipupu. Including Rock. Earthen Matter. Gut, aber das ist ja... Including Rock. Ich meine, das ist ein fucking Leuchtturm. Ja, aber das ist ja auch ein Stein, Alter. Oder was ist das gebaut? Ich meine, das ist ja wirklich schon so... Ein von Menschenhand... Ja. Ich weiß nicht. Soll Burrow Speed wirklich... Soll es wirklich sein, dass du wirklich durch alle Wände durch kannst? Ich glaube nicht, oder? Stahl ist es nicht. Du könntest ja im Dungeon einfach komplett durch die Wand... Naja, aber wenn es steht, es ist ein... Aus Stein gebaut, der Leuchtturm, dann würde ich sagen, wenn da steht Including Rock extra, man... Also ich würde sagen, dass Earthen Matter Including Rock bedeutet, dass du dich quasi durch Felsen noch buddeln kannst, aber doch nicht durch Wände. Wo ist der Unterschied zwischen einem Scheiß-Stein vom Leuchtturm? Egal, ich sage jetzt als GM, das ist kompletter Quatsch, so eine Ability zu haben, weil du das komplette Dungeonsystem aushebeln würdest. Deswegen machen wir das nicht. So, ihr seht für euch zwei Türen. Was macht ihr? Klopf, klopf. Ich spüre ihn schon, ich sage da unten im Keller ist irgendein Scheiß. Mach mal ein bisschen, die habt ihr einen Check übrigens. Habt ihr noch gespürt da unten? Wer weiß, was du da gespürt hast? Ja, das reicht auf jeden Fall. Du siehst neben den Treppen so ein bisschen... Ja, verkraben, so ein bisschen unter Schutt fast. Bisschen trübergerätend auch. Äh, siehst du... ...nen Hut, ein paar Gubbi-Stiefel... ...und so ein Regen-Cape quasi. Und... ...es riecht irgendwie ein bisschen ekelhaft. Dann buddelt ich's aus. Ja. Jetzt hast du einen stinkenden Hut und Gummistiefel und... Baron, das stinkt genauso wie hier. Was meint ihr damit? Der riecht doch. Ich rieche nichts, was meint ihr? Okay, da haben wir's. Aber sonst liegt da nix, kein Knochen oder so. Mhm. Gut. Wollen wir mal rauf gehen und das unten ignorieren oder... ...gehen wir gleich runter? Der Bruder detektet alle Magic. Genau, detektet alle Magic. Nee. Dann mach ich die Tür auf. Liegt deine Lassen-Schuhe oder so. Pi-pi-pu-pu. Reception-Check. Du hörst... ...ganz... ...leise... ...Stimmen... ...aus dem unteren Bereich. Genau da, wo du auch die, äh... ...die Schritte anscheinend gespürt hast vorhin. Pi-pi-pu-pu, Mann. Hier sind Treppen. Die gehen nach unten und die gehen nach oben. Das erkenne ich in der Falle. Dann macht mal alle einen Survival-Check. Ich weiß, ihr mögt die. Ihr mögt die sehr gerne. Aua. Ich bin extra trained. Aber nur bis 5 gerollt. Ja, das reicht bei keinem. Was wartet ihr? 40. Entschuldigung, ich war ein bisschen zu spät. Oh, okay. Äh, das reicht sogar. Huch, holy shit. Okay. Ähm... Ja, Wes. Du bemerkst... ...dass, ähm... ...da vorne irgendwie so... ...gerade so im Eingangsbereich... ...einiges an Spuren... ...ähm, seit den letzten Tagen anscheinend vorbeigekommen ist. Ich... ...zeige auf die Spuren... ...und weise meine... ...Mitreisenden darauf hin. Wer kann das gewesen sein? Pipipupu meinte doch, dass da jemand ist... ...oder habe ich das falsch verstanden? Ich spüre und höre unten. Pipipupu, du riechst auch... ...einen... ...komischen, verrotteten Geruch von links. Ich riech... ...woah, hier stinkt es noch. Ach, Baron, ist eure Mutter hier drinnen? Das ist verschlossen. Ja. Das ist abgeschlossen anscheinend. Ich habe keine Mutter. Detektive Magic. Hey! Schlange! Schlange! Zeigt euch nützlich. Öffnet die Tür. Lasst den Wichtler die Tür öffnen. Wenn er das schneller macht als die Schlange... Wichtler! Ja! Der Wichtler versucht die Tür zu öffnen, aber irgendwie... ...dann haut der Wichtler mit voller Wucht dagegen. Seabry-Check bräuchte ich. Kann er nicht, ja. Kann nur mit voller Wucht dagegen. Geht auf die Seite hier. Kratzt gegen die Tür. Und du schubst ihn zur Seite. Wichtler! Das reicht, Alter. Kann er den Spuren hinterlassen, nennst du? Ja, Mann. Das fett prallt einfach so ab und nix für sie. Was macht diese Schlange? Unglaublich. Dann gehe ich zur anderen Tür. Oh, die ist auf. Das ist eine Sauna. Ist eine Sauna? 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 Der soll einfach die Tür aufsperren, diese verdammte Schlange. Es riecht in der Küche auch noch so ein bisschen nach Essen. Was dir komisch vorkommt, by the way. Achso. Weil ihr wisst, dass der Typ, der hier lebt, eigentlich... ...eine spezielle Art von Untoten ist, der kein Essen so zu sich nimmt. Komisch. Das sage ich natürlich, dass das komisch ist. Beziehungsweise die fressen halt rohes Fleisch. Und nicht gekochtes Fleisch. Das ist wirklich komisch. Vielleicht sind da unten Quicks da oben. Vielleicht misst er da sein Essen vorher. Kriege ich gleich... Ich sabbere schon, Mann. Und ich höre... Ach, sehr, sehr. Okay. Du brauchst fünf Successes. Ja, okay. Ja, gut, Sarah. Wir kommen dann später wieder. Viel Glück, Bruder. Ich kann... ...zum Glück... ...eine Action. Vier. Fünf. Okay, klappt. Tür ist offen. Nice. Das ging schnell. Ja, ähm... Doch, doch. Innen drin riecht's richtig ekelhaft nach verrottetem Fleisch. Boah, weh, was für ein schöner Geruch. Das ist so gut, oder? Ich komme mir vor wie zu Hause. Ich schläge mich... Baron, vor allem du mit deiner Größe. Mach doch mal einen Perception-Check. Vor allem ich mit meiner Größe. Das ist sicher ein Bonus, weil das unter dem Bett ist oder so ein Scheiß. Ne, war die 19. Du findest unterhalb des Bettes den Ursprung dieses verrotteten Geruches. Und da ist nämlich eine Kiste. Und in dieser Kiste sind Überreste von ihm. Will jemand mal gucken mit Medizin, was da passiert ist vielleicht? Natürlich. Was ist hier geschehen? Bruder Knochenruhe. Du weißt, dass... Ja, ich weiß mehr. Okay. Sarah weiß sogar mehr. Ähm, ja. Wer auch immer diese Person ist, ist anscheinend vor drei oder vier Tagen gestorben und wurde mit irgendwas Langem und sehr Dünnem erstochen. Sowas wie ein Dolch vielleicht oder eine Rapier. Ich war das nicht. Merkwürdig. Ja, gut. Einen Grund mehr, den Quick da unten zu fressen. Kommt. Ich sabbere schon richtig. Okay, also ihr geht runter, ja? Ich stafe wieder mit Schild vorwärts als Erster. Ja, lass, du erst runtergehen. Ich gucke nach Traps. Ist halt vor. So sehen wir immer die Gegner schon. Weil Foundry halt so ist. Achso, ne, vielleicht weil ich Trammer-Sensor. Seht ihr die auch? Mir sehen sie nichts, ne? Oh, geil. Ne, auch nichts. Ich spüre drei Gegner. Innerhalb von 45 Fuß. Und unten ist nur einer, Leute. Ich spüre es. Warte, drei Gegner? Ich spüre es, Mann. Drei Kerl. Drei Kerl. Drei. Drei. Drei Kreise. Drei Kreise, die etwas ausstrahlen für mich. Mann, ich spüre es. Die Vibrationen. Drei. Drei Sachen. Ja, das linke gehört nicht zu dir. Ja, was mit Butterkeks. Ja, komm. Könnt euch ja selbst anordnen, wie ihr da vorgehen wollt. Spürt ihr was, Bruder? Knochenruh. Ich mach Detect Magic auf Stufe 9. Spüre hier etwas. Oh, gib. Röger Tor. Spüre nichts. Ich untersuche die Tür fallen. Gott hat diesen Ort verlassen. Keine fallen. Macht euch bereit. Ich hebe mein Schild. Schau in die Runde. Wenn keiner fragend oder irgendwas grad tut, öffne ich die Tür. Ich kratze mir den Arsch. Tür ist auf. Mhm. Ich stürme rein. Bipipupu stürmt, ey. Weil er macht die Tür auf, Mann. Achso. Oh, äh. Guten Tag. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Wer seid ihr? Na, Zorbin, der Leuchtturmwärter natürlich. Was tut ihr denn in meinem Leuchtturm? Wem gehört dieser Leuchtturm? Gehirn? Ja. Und natürlich der, äh, der, der Gilde der Erbauer. Und wem ist die Gilde der Erbauer unterstellt? Unterstellt? Ich würde sagen Geb. Und wir kommen im Namen Gebs. Und ihr sollt uns sofort zum Teufelsflammenkäfig bringen. Achso. Äh, ja, klar. Ähm. Äh, der ist oben. Dann, äh, kommt doch mal mit. Nee, 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 nee. Ja, aber wir sind schon unten. Nee, 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 nee. Hm? Wer warst du denn? Der soll hierbleiben oder hier? Das ist egal. Pipipupu. Du spürst, dass sich, ähm, quasi in der entgegengesetzten Richtung von euch irgendwas bewegt. Entgegengesetzte Richtung von euch? Da im Osten oder was? Das ist was. Spür's. Was soll ich spür's eigentlich? Was? Was? Nein, was? Was soll das sein? Eine Ratte vielleicht, ja. Also rechts gegen euch. Was hat der zu mir gesagt? Was? Nein, nein, nee. Ich mein, ihr seid ja hier, äh. Es kommt immer mal vor, dass hier so ein paar Ratten rumlaufen. Das ist völlig normal. Ich grapple hier. Das hat das mit der Leiche da oben zu tun. Kann es sein, dass Seldeck oben die Leiche ist? Und ihr seid ein... Ihr Übeltäter? Seldeck, wer? Der hat sich verkleidet. Wer? Wie habt ihr euch nochmal genannt? Zorbin? Ja, Zorbin. Ich meinte Zorbin natürlich. Weißt du... Der Leuchtturmwärter, oder nicht? Ja, das hätte er... Ja, das bin ich. Oh, leider ist doch der Cut. Was war das für ne Leiche? Was für ne Leiche? Ja, ähm... Was für ne Leiche? Wo schlaft ihr? Hier durch den Leuchtturm. Hier unten durch die... Durch den Keller. Zeigt uns mal jeden Raum. Ja, klar. Ähm... Kommt doch mal mit. Ich zeig euch erstmal den, ähm... Den da oben den Raum. Nein. Nein, nein, nein. Stopp, stopp. Was ist da drin? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir fangen hier unten an. Hier unten? Okay, dann gehen wir erstmal hier unten in den Raum. Und jetzt hältst du die Klappe und... Stopp. Halt ihn fest, Bruder. Ich? Okay. Durch das. Ich charge ihn, Mann. Gräbe ich ihn selber. Ja, ja. Geht ruhig weiter. Äh, hier. Sarah und ich, wir bleiben hier. Und ihr führt die anderen mal durch die Räume. Ey, kommt doch lieber mit. Nicht, dass ihr euch verlauft irgendwie. Wir werden uns nicht verlaufen. Wir stehen hier nur. Wie wäre es, wenn ich einfach vorgehe? Und ihr wartet hier alle. Ich bin eh so schnell. Das stimmt. Dann reiß ich die Tür auf. Oh ja, da rechts, da ist nicht so viel drin. Ähm. Ich spüre es. Ich spüre über uns. Wir haben ihn. Flankt ihn. Was? Ich spüre alles. Was redet ihr denn? Knochenrohr bringt ihn mit. Los, öffne die Tür, Sarah. Öffne die Tür, Sarah. Öffne die Tür, Sarah. Oh Mann, ich reiß die Tür auf. Nein, warte. Warte doch. Es sind Quicks, tötet sie. Es ist halt wirklich so. Ich hasse Quicks. Schau dir den Rapier an. Wie schön wir den Rapier haben, Mann. Das ist doch der Apex-Item-Rapier, oder? Ja, ich hoffe doch. Ihr habt den oben umgebracht. Bei Geb. Ja, dann... Klebt euch. Klebt noch auf euren Rapier. Und durch. Sie sehen natürlich extrem geschockt aus, dass ihr gerade anscheinend sie entdeckt habt hier. Und ähm, probieren sich zu wehren. Probieren sich was? Rauszureden. Sie probieren sich zu wehren. Oder nicht? Wir wollen doch nur reden. The fucking eyes. Ich hab den Fluch auf Tisch übertragen. Ja, für Initiative, das ist ja tragisch. Bin eh race-shielded. Geh ich schnell pipi, außer sie sind vor uns dran. Seid ihr Verräter der Nation. Geh ich schnell, Popo. Geh ich pipi. Sprecht. Versterbt. Wer seid ihr? Wieso habt ihr einen schöneren Rapier als ich? Geht euch überhaupt nichts an. Hast uns einfach zufrieden. Ja, wer seid ihr? Sprecht. Was ist hier los? Ich würfe mal für ihn. Sehr gut. Wahrscheinlich wird es gar nicht so lange dauern. Den unteren fasziniere ich. Man macht Performance gegen seinen Wildisi. Ja, vollendlich. Das heißt, er ist fasziniert. Das heißt, er muss dann auf mich gehen oder irgendwas machen gegen mich. Das heißt, den kann man getrost ignorieren. Bruder Knochenrohr. Dann charge ich da rein. Blitzschnellmann. Blitzschnellmann charge ich rein. Und gebe ihm einen Targeting Finishermann. Auf den Combat. Und er ist ein Combat 2. Ein Fieber 2. Entschuldigung. Und dann soll ich wegsteppen? Stepp weg. So schnell kann er gar nicht schauen, obwohl er Quick heißt. Unglaublich. Wer heißt hier Quick? Er. Jeder Quick heißt Quick für mich. Un возможность unterUPID Auf Server heißt Quick. Sie rennt direkt neben dich. Komm! D-D-D-D-D-D-D-D-Duell! Mit minus zwei jemanden unglaublichen En Jeremyalı... as is's. komms dich zu! Sie probiere dich mit einemれるen Rapier anzugreifen. Ist das 76 eine Fragezeichen, ne? Ist das ein Critical Fail? Ist das ein Critical Miss? Ja. Dann kann ich nämlich meine Reaction machen. Ob er 2-3-Post. Sonst kann er auf ihn einstechen. Critical Damage. Dann ist er Slow at 1. Ah, dann muss er DFT-40. Jawohl, dann ist er Slow at 1. Dann movet er, geht ein Schritt. Ist jetzt Slow at 1, weil er verfehlt und hat keine Action mehr. Köstlich. Oder ist das nur für nächste Runde? Until the end of this turn. Nächster, ja. Hat er noch eine Action? Pi-pi-pupu-check, Junge. Ich kann euch eh nix. Auf die Knie und... Probier dich nochmal mit dem Decker anzugreifen. Ruder Knochenruhe. Den Swabin kann ich ignorieren, hast du gesagt, oder was? Theoretisch, der ist nämlich fasziniert auf mich. Das heißt, der muss dann eigentlich... Dann schau ich mal, was da passiert, weil ich seh nix. Der muss dann auf mich, sozusagen. Wenn du eine hostile Action gegen einen Freund von ihm machst, dann geht das nicht wieder weg. Ja, aber er sieht's ja nicht dann da noch. Kann ich sehen, dann? Weil er hört's. Tach, Bullshit. Der ist so faszinierend, man. Der hört nix. Ich mach einfach mal, äh... Intimidate, nicht? Intimidate? Wie hätt's gelassen? Äh, Exploiting. Mit einer 37. Ich glaub, das ist ein Fail. Ja. Dann, 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 ja. Ja. Oh nein, Swabin. So, er ist fasziniert. Das heißt, er muss was gegen dich machen. Na gut, von da kommt er nicht an dich ran. Das ist schon zerd. Barun. Na ja, ich hab einen Heropoint bekommen, du. Jetzt haben wir dich. Und ich... Das hab ich schon mal. Jetzt hab ich's zweimal gemacht. Und... Ich schaue diesen komischen... Degen-Träger an. Und fang an ganz wild... ...zu chittern. Und versuche ihm Angst einzujagen. Und versuche ihm Angst einzujagen. Wie er bewegt sich... Wie man getreu ist, hier nach vorne. Ähm... Ist er loweres Level als ich? Weil, falls ja, ist er... Frightened 2. Ja. Und fliegen. Das ist eh schon Frightened 2. Ja, aber jetzt ist er noch fliegen. Soll ich's draufziehen? Okay. Das wusste nicht. Dann... Ja, sind ja wieder Schwächlinge. Da benutz' ich keinen Spell-Slot. Dann verstärk' ich natürlich mein Eidolon. Ja. Außerdem bewegt sich Carl's hier um noch ein. So löscht er's nicht einfach, Mann, die Gegner. Weil er darauf steht, wehrlose Leute zu killen. Hallo? Wir wollen mit ihnen reden, Mann. Der will halt nicht reden. Grapper in. Selbstschuld. Und attack in non-lethal. Mit einem Flurry of Blows. Schlafen, Grapper, schlagen, fertig. Ich geh' nur einmal und mach' nichts. Ich geh' nur einmal und mach' nichts. Ich geh' in die Ecke, auf die Kohlen. Piep, 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 piep. Dann mach' ich... Das mach' ich schon, geil, aber... Ja. Dann mach' ich Performance wieder. Und zwar aber diesmal nur Leading Dance. Gegen den unteren. Das Reflex, äh, Wilde See. Ne, gegen den oberen, Wilde See. Das ist ein Success. Das ist ein Crit-Success, ja. Das ist egal. Dann steh' ich davor. Immerhin stech' ich ihn ab. Und zwar... Ist er lebend? Der ist lebend. Diesmal... Natürlich. ...dass er blutet. Fett. Ups, ich hab' nichts. Hab' ich nicht ausgewählt. Okay, ist das ein Crit? Äh... Ja, Mann. Dies ist eindeutisch ein Crit. Ja. Bumm. Zwei Ds... Alter, Mann. Der wird verbluten. Das war eine Action, zwei Actions. Schon mach' ich einen Schritt zurück. Und dann... 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 Werde ich den unteren... Leading Danzen. Auch Performance gegen sein Wilde See. Upsi. Das ist schlecht. Das ist ein Fail, oder? Das ist ein Fail, ja. Egal. Tja, das ist ganz schön sad. Das ist sehr sad. Wieder um halb zwölf irgendwelche LK-Wespert, die er reversieren. Das ist so eine Mikrowelle. Oh Gott. Ziemlich Lage. LKW. Mikrowelle. Beep. Steppt hier hin. Nein, der ist fliegen. Er steppt nix. Die Fliegen vom Baron? So muss ich weglaufen, oder was? Ja. Weil das ist ja weg vom Baron. Da musst du nicht so weit weglaufen, wie du kannst mit jeder Action. Ja, du musst die ganze Runde einfach weglaufen. Wo soll sie denn hinlaufen? Hier geht's doch durch. Über die Kisten versuchen zu zeigen. Über seine Freunde kann er auch laufen. Ja, das auch stimmt. Und falls er das tut, kriegt's aber mal erstmal Take-off Opportunity. Okay. Und ein Blitz zuckt zu dem unteren. Schon tot. Der ein. Tatsächlich ne Eins. Und zwei Schatten. Im Weglaufen. Im Weglaufen. Im Weglaufen wird sie tödlich verwundet, fällt zu Boden, stirbt. Oder Knochenruhe. Was hältst du davon? Wie wieder? So, warte, Moment. Bin ich da? Was hält er davon? Was halt ich wovon? Seh schon wieder nix. Das ist schon gemein, dass ihr immer so nachts weggeht, wo Bruder Knochenruhe nix sehen kann. Ich weiß nicht, warum ich wirklich nur Dark Vision hab. Verstehe ich. Äh. So hat es nicht jeder. Ist ja eigentlich was seltenes. Wir bauen uns solche Aushalt immer so, dass es satt. Aber es gibt eh auch irgendwelche Dark Vision Potions oder was. Und er ist gegrabbt, man. Und sieht nur, was hier passiert. Und schreit, Ruby, nein! Wo ist deine Leiche, mein Junge? Das ist splattered. Aber ich kann gar nicht grappeln, weil ich keine Handfree hab. Sorry. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist ruby, man. Was ist denn Faint? Das ist blau. Oh, okay. Versucht er diesen mächtigen Schlangenmann zu attackieren. Kloppt auch nicht. Dann steppt er dahin. Und versucht wegzurinnen. Warum? Fankt ihn! Diese Hunde, die du auf einen Weglaufenden fängst. Dann mache ich mal ein Egg-Together und mit dem Egg-Together kommandiere ich, also, äh, wie heißt er? Der Wichtler. Der Wichtler hat Speed 50. Der Wichtler schlägt natürlich auch zu. Wie wilde Bestien zerreißen sie ihn. Das ist der Lächste. Aber Difficulty Level ist schon ziemlich eigenartig bei diesen Missionen. Die wollen, dass wir uns richtig mächtig vorkommen. Ja, aber... So, er ist jetzt nicht mehr grabbt, ne? Ich laufe ran. Mache Non-Lethal-Attacks. Nicht einmal der hat Probleme gegen den Fortitude-Safe. Na gut, das ist ja auch der normale Frost-Rune. Äh, der ist, der ist Level 17, also... Okay. Äh, mit der letzten Action. Raising Machine. Also, ich bewege mich einmal rein. Ja. Das war's dann. Das ist nur ein trauriges Spektakel, Mann. Wie dieses komplett übermächtigen Wesen. Dieses kleine, arme Quick-Feed-Töten. Dann stelle ich mich da hin. Reflexe ihn, Mann. Akrobatik gegen seine Reflexis. Fail. Dann steche ich einfach so auf ihn ein. Ohne Finisher. Bruder Knochenruf. Rette deine Party. Jetzt sehe ich wieder was, deswegen verstehe ich es nicht. Warum es war nicht mehr. Vielleicht ist Bess. Bess ist deine Fackel. Bruder Knochenruf, rennt verwirrt umher. Wirklich, auf jeden Fall. Dann gehe ich nach oben. Dann gehe ich nach oben. Ja, okay. Er ist ja nach oben gegangen, oder nicht? Natürlich. Aufsteck. Ja, vielleicht. Ich bin einfach nur blind. Natürlich achtsam. Sie lebt das. Ich bin verwirrt. Ich weiß mir gar nichts, was passiert. Er ist in den Rechten, oder? Also. Er brüchte. Töte ihn. Dich nehme ich noch mit, Wichtler. Critical Hit. Critical Hit. Er versucht durchzutommeln durch den Wichtler. Willst du mich verarschen durch den Wichtler? Try it. Ganz ehrlich. Komm. Aschlo. Ja, aber dann kriegen wir auf jeden Fall Tag of Opportunity. Oh, wie schlecht. Aber warte mal, was hat er für eine AC? Weil der war ja eigentlich flat für das, ne? 39. Das ist ein bisschen gern. Treff ich sogar. Als wäre ich nicht gesagt, Non-Lethal. Das könnte eigentlich. Was geht? Ein Knaller. Was geht? Der Leuchtturm wehrt da. Plötzlich kommt Bunny. Und schießt einen Fall. Kann ich mitspielen? Ja, warte. Das stinkt nicht. Pass auf. Das ist perfektes Timing eigentlich. Plötzlich kommt Bunny. Kommt von ihm. Stieß den ab. Bunny erscheint plötzlich. Ein Fall fliegt auf ihn. So fehlt er. Ich bin nicht vor dir hier. Boah. Lebt er noch oder so? Lass er einfach nach ihm drankommen. Ist nicht egal. Ja, ja. Ihr wisst, was ich machen will. Das ist voll unfair, Mann. Der Kill war für mich eigentlich. Ne. Eine Perception. Okay, okay. Bunny, schieß. Schieß. Hä, bin ich jetzt dran? Ja, du bist dran. Jetzt. Okay. Bring's zu Ende. Dann, dann hante ich sie mal. Jawohl. Okay. Nice. Perfekt. Plötzlich, plötzlich kommt Bunny. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Was hat Bunny gemacht? Bunny war auf einem Konzert. Bunny war auf einem Konzert. Bunny war auf einem Konzert. So ein Gubinoe. So ein Gubinoe-Gedächtniskonzert. Ja, ganz genau. Ja. Jetzt kommt sie dann, ist sie richtig gehypt, hat voll Bock irgendwas umzubringen und sieht da so einen komischen Quick, der gerade von euch in die Mangel genommen wird. Und sie kommt einfach daher und schießt einen Pfeil in den Kopf, in den Tod. Hallo. Hallo. Ich friss ihn sofort seine Leiche auf. Piep, piep, piep. Du frisst sofort seine Leiche auf. Das nenne ich nachhaltig. Hm. Wo sind wir hier eigentlich? Du hast natürlich mitbekommen, weil sie haben dir vorher noch eine Nachricht zukommen lassen, dass sie erfolgreich waren bei der vorherigen Mission und dass sie jetzt zum Leuchtturm am Hafen gehen wollen. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt kommst du also dazu, nachdem wir fast ertrunken wären. Ja, das tut mir aber leid für euch. Beide Pfeile wären unter Wasser ohnehin nicht so nützlich gewesen. Da sind sie ja auch ein Land ja nicht. Also, doch. Kannst du dich nicht erinnern, wie oft ich schon auf Leute geschossen hab und Schaden gemacht hab? Aber wie oft hast du das unter Wasser gemacht? Ganz oft. Ihr habt es nur nicht gesehen. Das redet ihr. Ich halte dem Baron so ein Stück Fleisch entgegen. Ich fresse natürlich mit. Das war schon komischer Hilfe, oder? Endlich mal wieder ein guter Quick zu essen. Dann macht mal einen Crafting- oder einen Perception-Check, bitte. Pi, 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 Pu. Ja. Findet in der Leiche, Mann. Drei Diamanten. In seinem Arsch. Nein, Bunny. Nein. Bin ich Perception hier? Ja, doch. Perception. Sogar ein Crit. Gott, Gott, fucker. Äh, ja. Also, ihr findet einerseits genau hier eine versteckte Falltür. Andererseits findet ihr auch schon, ich sag mal jetzt, Bunny findet das, weil sie hat den höchsten Wert. Sie findet einen der Foundation Stones, der Grundbausteine, die ihr sucht. Was? Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ich bin, ich komme her und wieder zu einfach alles. Aber nicht so gut. Das ist gar nichts gemacht. Ach, du Lügner. Und ich stopf Bunny so einen Hoden von dem Typen in den Mund rein. Oha. Ist, sei ruhig und ist. Delikatesse. Ich spuck's wieder aus. Ich werde nicht verschwenden und ich heb's auf und verschlinge es. Das sind die besten Stücke, Baron. Ja, dann hebe ich das Teil auf. Ja, also merkwürdige Falltür. Den Keystone, den Grundbaustein. Möchtest du probieren, da raus zu, äh, ja, keine Ahnung, rauszuziehen aus dem Gestein, rauszuschneiden? Was, ich kann's versuchen. Was, was braucht man da für einen Check? Willst du's versuchen? Das ist die Frage. Puh. Äh, Moment. Ich glaube, ich hab... Irgendwas, was mir helfen könnte. Wo ist eigentlich Bernhard? Tot. Haben wir gefressen. Der, der, der hat sich vorhin voll gefressen. Der hat heute noch Urlaub. Ach so. Äh, classic Bernhard. Immer am Fressen. Leon wäre gut mit ihm ausgekommen. Äh, kann ich hier kurz scouten und schauen, ob hier irgendwas ist oder so? Wegen der Falle? Das ist keine Falle, das ist eine Falltüre. Irgendeine Falltüre. Das ist eigentlich nur ein Stein drin und wir suchen hier die vier Grundsteine, sozusagen. Und da frag dich nur, ob du diesen Stein da jetzt rausziehen willst, irgendwie mit Athletik oder mit Fieferi reinfahren oder Crafting oder keine Ahnung, was mir da sagt. Ja, okay, komm, dann versuch ich's mal. Perfekt. Denn folgendes passiert. Die Steine wehren sich. Du machst ein Fortitude Safe. Das ist ein Fail. Du wirst zehn Fuß zurückgeschleudert. Was war denn das? Ich fall aber nichts hin, weil ich hab Flügel. Ich platter dann so. Und damit würde jetzt quasi, äh, wieder ein Fight losgehen. Gegen diese Grundbausteine quasi. Aber ich würde dann hier für heute, weil es schon sehr, sehr spät ist, würde ich dann hier beenden. Dann starten wir, ähm, nächstes Mal direkt hier mit. Nice. Kampf gegen Steine. Hippie Pupu gräbt sich durch die Steine. Ja, wer weiß, ob's beim Stein bleibt, ne? Mach halt Fieferi einfach, Junge, Mann. Wo ist das Problem? Wo sie sicher wieder eine 18 oder so rollen mit Legendary Fieferi. Keine Fieferi-Ipex-Items, Junge. Ich will nicht spoilern, aber ich sag mal, der Wert ist vergleichbar hoch mit dem oben auf dem, äh, auf der Kathedrale. Das ist so behindert. Ich weiß nicht wieso, aber... Sogar jemand, der alles in Fury reingemaxt hätte, er braucht trotzdem, was war das, ne, 15 oder so, war das bei Mal dann? Hm. Ich müsste eine 19 oder eine 20 rollen. Äh, streng dich halt mal an. Oder nehme ich so ein Item, irgendein Item kaufe. Sicherer Item. Ja, Apex-Items. So, Chat. Dann machen wir hier mal Ende für heute. Lang genug gestreamt auch. Bin langsam echt müde. Ich glaub, die anderen auch. Ich mag das so richtig. Deswegen, vielen Dank fürs Zugucken heute. Auch bei Minecraft vorhin. War super nice. Und, ähm... Ja, wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich morgen wieder. Wenn nicht, sag ich Bescheid. Und, ähm... Jo, ansonsten eine wundervolle gute Nacht. Und, äh... Jo, wir sehen uns dann demnächst. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Gute Nacht.